Das fuckt mich seit dem neuen Update übel ab, dass ich nicht mehr die Rank von den Leuten sehe, das geht mir richtig unzackt. Das stützt relativ wenig. Das Rank ist auch nicht mehr sauber im Level. Level finde ich immer interessant. Ah, er ist raus. Snipes Autistic. They could be like, erstmal tracken gehen. Da ist jemand im Spieltag, soll ich zu ihnen gehen? Nein. Hallo? So, und dann gibt der liebe Tobi noch einen. Ich hab dann da eingeladen. Gucken, ob er reinkommt. Der höchste von denen war 1 von Platins 1. Oh scheiße, die haben immer einen Main im Geek, der Team. Hä? Oh Gott, was ist das Ding? Ja, da juckt der Rang von denen nicht und da juckt der scheiß Main Operator auch nicht. Geht davon einfach auf. Mach ich so oder so immer. Das geben sowieso. Ja. 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 Ich bin glücklich, ich bin glücklich. Was sagen? mobbing anstoß und heute ist um euch die erbauten wenn dante langsam reinkommt ich hab dann aber auch schon eingeladen aber er kommt anscheinend nicht ich hab den link geschickt ich kann auch auf den P2-Sport wechseln WTF Junge Hattet jemanden voll weg auf ja schon mal lernen ja die sollte ich nicht anscheinend haben sie so angst dass ich rumlaufe und jeden wegfliege oder wie ja haben die bei mir schiss oder was nur weil da irgendwas von der scheiß reingewertung steht also wenn ich es richtig verstanden habe aber haben sie gerade rum weil ich das eine bei dir war und P2 ist auch schon so ah ok ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung wollen sie bei mir rumholen weil bei mir an weil ich angeblich weltweit Platz 60.000 bin auf PS4 oder was angeblich das weltweit Platz was ja angeblich laut dem scheiß tracker dega wahrscheinlich oder das glaube ich auch nicht dass ich so gut bin das kann man kein erzählen dega also das 3.000 ist eine mal sich die aber ich hab ne kollege ich hab seit 9 was für 9 hieß der ich hab seit 3 seasons einen weltrang ich bin der kollege von mir ist das geht ja eh nur noch also ein ehemaliger mitspieler von mir ist auf 1100 weltrangliste ist hier ja das problem ist halt beim track und die haben das entfernt um eine EU oder so ich weiß das aber ich glaube ich bin also global waren bei mir die letzten seasons immer noch bei mir so aber track hat ja auch nichts zu sagen ja so ist die weise so ja mein das hier anfangen die leute zu checken feiere ich schon wieder das 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 die ja dabei gegen was wir für mit matrix für scheiße gezockt haben was du weißt du das da haben wir teilweise als gold gold wahrscheinlich low platin trupp gesucht und haben ein paar deines erst bekommen so das war das schwachsinn alles ich habe jetzt mal geschrieben bekommen soll ja wenn er nicht gleich kommt würde ich sagen hol mal einen anderen rein weil ich habe eigentlich keine lust jetzt ewig noch zu warten ich auch nicht jonas ja die beiden jonas und dem ja fünf minuten sind jetzt schon zehn ich kann verstehen dass länger dauert aber ich finde das wollten wir jetzt einfach beschweren dass er nicht immer an sein scheiß handy angeht ich gehe dann nicht ran in den wald mich mal ich kann man dann auch richtig an schon wieder ne party hast du irgendwie schon p2 p1 ich sag mal so meine account war letztes jahr gold 1 und davor silber und bronze ich habe mich eingeladen Ich rufe Tante mal an. Hab ich auch schon, der geht nicht dran. Ich würde mir ganz gerne selber probieren. Ein Ruf abgelehnt. Ich komme jetzt. Du kannst doch weiter mit dem Reden, du Held. Nee, kann man nicht an sich. Soll der dann schon in der Party sein? Ja, aber der kann doch... Während der Bannphase juckt das doch nicht, ob der in der anderen Party-Code noch ist. Dann können wir wenigstens anfangen. Sorry, das hat noch länger gedauert. Ja, und ich krieg den Stress dafür ab. Dankeschön. Du hast doch gesagt 5 Minuten länger als okay. 5 Minuten ist richtig. Aber wir sind jetzt schon bei über 10. Ja, keine Ahnung. Soll mich da auf den Urpunkt dann. Ja, die haben gestartet. Ist der Ante jetzt drinne? Nö. Ja, dann könnt ihr direkt wieder quitten. Na, na, alle wieder raus. Hey, war's jetzt aber so schwer. Ey, waren die nicht sowieso zu spät? Keine Ahnung. Du warst zu spät. Ja, die doch auch, oder? Die haben jetzt 3 Minuten zu spät eingeladen. Achso, ja. Ja, aber ich weiß ja nicht, was du daran nicht verstehst, dass ich gerade geschrieben habe, yo, ich muss spielen, der andere kommt gerade irgendwie nicht, dann schreibe ich, äh, und dann startet ihr halt einfach so. Weißt du? Ein bisschen... Einer kommt ein bisschen später. Ja. Mhm. Ja, ich lese es gerade. Ich hab nicht auf mein Handy geguckt. Ich war vorhin im Gespräch vertieft, so. Keine Ahnung. Das war halt auch... Anruf abgelehnt. Dann hätte ich halt nicht mit Jonas sprechen, sondern... Scheiß-Vorpräger. Die W ist halt wichtiger, also. Nee, das Klären ist schon wichtig, aber du hättest einfach in die Lobby gehen sollen, schon. Ja, ich war, wie gesagt, im Gespräch vertieft. Kannst du halt eben sagen, dass ich ein alter Sack bin, und dass ich einfach ein Spasti bin, und ist es okay. Ja, ich kann ja nicht, was er da sagt. Es ist die Zeit, wir haben vor einer Stunde, oder eineinhalb Stunden auf 19,20 ausgemacht. Also da erwartet auch ein bisschen Kründlichkeit, und dass man sich auch ein bisschen organisieren kann. Falls das nicht gewährleistet ist, dann starten wir halt einfach zu viert. In der DSBL wird auch keiner für euch 20 Minuten warten. Also erstmal, ähm, haben wir von euch ein bisschen mehr Professionalität erwartet, ne? Ähm, weil ihr spielt bei Birdie, das waren wir auch nicht. Ähm, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ihr selber sehr, sehr spät wart. Ähm, auch schon mit über fünf Minuten Verspätung kam der Inweit. Ähm, also nehmen wir uns beide Seiten nicht viel. Ähm, und wenn wir dann nochmal kurz fünf Minuten brauchen, oder auch ein bisschen länger, weil bei uns intern was geklärt werden muss, was ich dir aber auch geschrieben habe, ähm, kannst du nicht einfach starten. So. Aber das hatte ich ja nicht mal zufällig gestoppt. Ja. Montel, äh, lad mich nochmal ein. Ja, äh. Ich wurde doch nicht eingedotten. Ja, perfekt, Digga. Wollen die das jetzt abbrechen, weil was geklärt werden musste, oder was? Ach, Junge. Das wär lächerlich. Das war einfach lächerlich. Das wär ja wirklich Kindergarten, Alter. Holy shit. Ja, das war ich gleich aus Frust zu holen. Sowas will sich Competitive Team nennen. Ne, die spinnen unter dem Team, was vertraglich an Sponsoren gewonnen hast. Das ist ein bisschen lächerlich. Dann ist das recht lächerlich. Ja, bitte. Wie bitte? Komm, Jost, wir können auch gut noch diskutieren, so. Ne, es geht sich darum, dass es nicht diskutiert wird, aber ihr wart halt einfach selber, ähm, zu spät. Wenn wir dann noch schreiben, jo, wir brauchen nochmal so fünf, sechs Minuten, ähm, dass da was geklärt werden muss. Was hab ich dir geschrieben? Ähm, hoffen wir da einfach auf Verständnis, so. Deutschland spielt hin oder her, so. Mein Lieber, alle, alle. In der DSLR, weiß ich noch, ob ich spiele. Du, ich weiß selber, was in der DSLR abgeht. Da brauchst du mir nicht aufklären, wir sind erfahren genug. Man darf das, man darf das, man darf das, man muss das auf den DSLR weg, weil wir, äh, regelhaft nach zehn Minuten starten. Das heißt, wer kommt gleich zu starten. Wir sind aber nicht in einem Ligaspiel, sondern in einem TZW. Ja, ich ruhe euch eingeladen. Ach so, ach so, ach so. Ja, das Regelwerk generell... ...zutun. Ja, ich sag ja noch, wir haben ja heute noch ein anderes Spiel. Ich hab ja echt keinen Bock, da den noch abzuschlagen. So, du hattest eben geschrieben, dass ihr das wegen dem Deutschland spielt und nicht wegen einem anderen ZW. Ja, auch. Manche müssen Deutschland spielen, ich muss für ein anderes ZW gehen, weil ich noch zwei Dubs stehe. Ja, dann lad doch ein und laber doch nicht so viel. Sorry, dass ich es so sagen muss. Lad ein, alle wären jetzt da gewesen. Ich mach mir gerade kein Popcorn. Soll ich einladen? Ne, ne, ich mach schon, aber ich mach kein Popcorn. Ah, okay. Zeit für Popcorn. Also, Alter. Also, Alter. Also, was hat ein Spaß, die Alter? Ich scheide in den Rom-Digger und sag dir ein Spongebot. Ja, der ist auch ein Helder. Und er und ich muss erst mal Popcorn machen. Ja, da könnte ich den Vorschlag haben. Also, Dennis, für dich als Information. Sie haben rumgeheult schon allgemein, dass wir mit einem P2-Typ und mit einem Dia-Typ kommen. Der sei es 4-Seasons nicht mehr Dia ist. Warte. Jetzt so. Der war Dia. Warte, bist du vielleicht gerade Dia oder wie? Nein, der war vor 5. Ich war vor 5-Seasons Dia. Und die heulen deswegen rum. Die hatten auch einen Platin-Zweier, der irgendwie vor 4-Seasons war. Ja, der wollte gerade sagen, der eine von dem wir doch auch P2 und P1 und so alles. Wie sollen wir nicht rumheult, Junge? Boah, sowas kann ich gar nicht haben, ne? Wenn irgendwelche Leute meinen, sie werden die Größen und die Besten, Alter. Ja, äh. Ich schwitze mich auch schon. Vor allen Dingen. Vor allem, sagen die alle, ja, so professionell und dann kommt sowas. Gib mir so einen Sack, ey. Ja, das ist alles andere als professionell. Es ist ein TCW und ein Ligaspiel. Genau, es ist ein Scheiß-Test-CW, Alter. Wir machen das hier für, ich sag mal, auch für den Spaß, Junge. Ja, hier geht's nicht um Geld, oder so? Ja, wir suchen da nicht umsonst nach dem DSP-L-Regelwerk. Moment, guck mal. Ja, es steht da draußen drinnen. Test-CW. Was für ein deutscher Stock hat er denn im Arsch? Er ist wirklich deutsch, Junge. Er ist wirklich komplett deutsch, Junge. Was für ein deutscher Stock kann man im Arsch haben? Wenn er, wenn er euch jetzt in 2 Minuten nicht eingeladen hat, dann laden wir euch ein und dann laden wir die ein. Ja, ach, Junge. Wieder ein bisschen umkosten in das Werk hier am Start. Ja, aber ich will mit dir naja erzählen. Scheiß, Alter. Scheiß, Alter. Ich find das lustig sowieso. Aber das ist doch genau so lustig. Eigentlich ist das doch ein Grund mehr, die zu smacken, Alter. Ja, wir smacken die sowieso. Ja, smacken wir auch, Junge. Ich mach schon mal auf, ne? Ja, mach das. Ja, mach das. Ich denke nicht, dass ich ihn einladen kann. Oh, ich hab richtig Bock. Ich will dir jetzt weknaschen. Ein nach dem anderen. Ja, einfach aus dem Prinzip einfach 0,7 auf beiden Karten wegtreten. Ja, okay. Jetzt übertreibst du. Ich werde jetzt einfach keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach keine Ahnung. Was, was wollen wir machen? Ich werde irgendwie LMG und renne einfach Prefile um jede Ecke. Ja, auf Villa werde ich so oder so für's Slati & Maestro mitnehmen oder so. Oder ein Bandit. Ich wollte grad sagen, ich wurde eingeladen und was war von dem Tobin. Ich gehe LMG. Ja, war. Da seh ich mich. Yallah, Baby. Warte, wie heißt denn der Dude? Sag mal an. Was ist denn einladung ich grad von dem? B-R-Y. Warte mal. B-R-Y, ja. Unterstrich. Z-I-N. Z-I-N, ja. O-W-A. Wenn jetzt den Wechsel noch. O-W. Dann lass ich den Wechseln. Welche, was ist das? Ich geh jetzt auch mal aufs Klo. Ihr könnt starten, das dauert nicht lang. Äh, mach das. Boah, Junge ist von Scheiße. Äh, Jonas, du bist noch hier, ne? Junge, was will der Typ, Junge. Fuck mich nicht ab, Alter. Jonas ist kurz weg. Wir wollten 20 starten. 5 Minuten später kam die Einladung. Da haben wir noch klärt und jetzt noch mal rumholt. Der sind 10 Minuten Verspätung von deren Seite noch mal. Fall, wir sind alle da. Jetzt trödeln die rum. Hallo, Kat. Ich erwarte den besten Stop von hier. Was erwartest du? Den besten Supporter, Junge. Erwart' ich von mir. Ich erwarte ne 20er Bombe. Ja. Ich bin auch gesperrt. Was gibt es? Nein. Fack was. Was ist? Wer? Wer? Expert. Expert. Ja, wir sind einer von euch. Nee. Alter. Das ist noch gar keiner von uns drin, der... Das Klo ist besetzt. Also, ein 4-Device hat euch gerade eingeladen. Nein, ich schlaf euch ein. Naja. Kommt doch jetzt die Lobby auf. Kommt doch einfach zu uns rein. Abfahrt. Die Kaffee unkommt. Nein. Der muss noch aufmachen. Der muss noch aufmachen. Der muss noch aufmachen. Der muss noch chillt, 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 ruhig, ruhig, ruhig. Ja, alles verständlich so. Aber bei uns gab's halt einfach interne Probleme, die einfach definitiv geklärt werden mussten. Und derjenige, der hat ein bisschen verpeilt, einfach zusätzlich in die Lobby zu kommen, ist halt ein alter Rentner. Ähm, und... Ja, ich tut es leid, so. Mehr kann ich dir auch dazu auch nicht sagen. Ja. Gibt ihr einen hier im Sportwalk? Ja. Gibt ihr immer noch vor uns? Nein. Ich fahre mal auf. Auf dem Start. Wer ist noch auf, der ist in die Waffe? Ey, was ist das für dich? Ähm, nicht wundern, ich bin aktuell im Zuschauer-Modus. Ich würde dann gleich verlassen, wenn euch das stört. Und sonst würde ich drinnen bleiben. Hä? Was? Also ich bin gerade im Zuschauer-Modus. Und ihr habt die Lobby erstellt. Für die Jungs. Ja. Wenn euch das stört, gehe ich raus. Wenn nicht, dann würde ich drinnen bleiben, ähm, und den ganzen zugucken. Soll ich streamen, dass ihr euch das im Nachhinein angucken könnt? Kannst du ihn gerne mal zu castern? Hm, ich würde den Stream aber generell so laufen lassen. Ähm, ohne großartig zu casten. Ich bin schlecht in sowas. Ich bin schlecht. Das ist ein richtiges Knochen, Junge. Er ist ehrlich. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Es ist gut, Alter. ich will dass ich jetzt alle ein bisschen am besten am besten schreit ich will vertrauen auf dich du bist jetzt der big baba big baba boobu und leute gleich ne auch wenn uns falls uns gleich ein paar setups erklärt das muss gleich von hand gehen einfach die wende verstärken study wenn wir verteidigen hast du da eine mira eingeplant bei defender bei villa aber wenn die gebannt wird spielen wir dafür ein vigil und beim angreifen werden wir immer ein bug mitnehmen und wenn wir ein trophy sind ich kann das sonst auch machen ich kann das sonst auch machen also eine grüße in den nomad ja die habe ich eigentlich mit eingeplant kann man da kurz angucken wer drüben in der anderen party drinnen sind da nur leute von uns und auch wenn man so was man was man zu sagen welches line-up wir werden ice, maverick, ne nomad, ne bug und ne ying spielen jing kann ich nicht spielen ja gut nomad kann ich nicht spielen ich werde den maverick spielen wenn es geht ich könnte den ace spielen die ace könnte ich auch noch machen ich kann eigentlich ich mach alles ich kann auch alles spielen ich hab auch alle party, aber den könnte ich auch spielen, so ist nicht aber ich kann die spots mit bug leider nicht deswegen würde ich eigentlich eher weniger bug gerade auf villa spielen in der runde ich meine das kann dir ja jemand bringen, das wird auch jemand machen ich kann auch nicht die ganzen spots ich kann auch nicht die ganzen spots bug kann ich zumal auch spielen ja ok, dann machst du das dann machst du einfach, geht auch so in der defense habe ich Jäger, Bandit, Mira wenn Mira gebannt ist... äh, Bandit macht Aim, Bandit war ich also ich werde Jäger spielen oder Mira also ihr könnt auch Bandit spielen weil ich eigentlich eh Bandit spielen so Jungs, ich fördere das jetzt Party, ne? ja, ja, gute Frage so wir sind Defender was brauchen wir vielleicht? das heißt, wir werden versuchen Jäger zu bannen ok ein Kettler? ja ok sind so insektiv erstmal auf Jäger gegangen was war, also dann, dann würde ich entweder Vigil spielen, Mozi oder Bandit oder... was brauchen wir Ovid genau? Oben wir gehen als SS Trophy, das heißt wir werden Bandit, wenn Mira gewandt ist, ein Vigil, Mozi, eine Aroni und ein Jäger spielen ok Aroni kann ich uns auch spielen, das geht auch ich würde eigentlich ganz gerne Bandit spielen oder irgendwas anderes also Mozi oder Aroni wäre bei mir auch dann kannst du den Bandit haben, dann kannst du den Bandit haben dann kannst du den Bandit haben, das geht für ja, ich kann nur ein Aroni-Spieler dann nehme ich Mozi Aroni mach ich, Aroni habe ich Aroni habe ich das heißt, ich spiel auch Mozi dann nimmst du wieder Mozi Mozi oder Aroni ja, ich kann auch Aroni spielen nimmst du gar nichts da kannst du ja so, Mira ist nicht gewandt, wir versuchen hier ne Cav zu bannen ja ok dann ja ok dann 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 bitte nicht so durcheinander reden, ich check ja gar nix So, das heißt das Lineup wird so sein Bandit Ne Mira Mozi Der Under und am Drohnen ist Ne Aroni Und ich weiß nicht, statt Jäger könnten wir zum Beispiel jetzt ne Melusi nehmen Aber ich glaube Jäger ist schon wichtig ne? Jäger ist richtig Und Bandit ist wichtig für die Mira, da nehm ich jetzt Mira Hey warte mal, wo gehen wir? Okay, dann nimmst du Mira Trophy Wir müssen schnell in 5 Sekunden Mira Ach man, du bist der 1, der noch fehlt Vigil Vigil glaub ich ne? Vigil Vigil glaub ich ne? Aroni Der Aroni, genau Der Lineup wird wechseln, glaub ich Ne, der Blackbird ist scheiße Sieht aber ein offensives Team eher Ja ja Also könnten maybe rushen Die werden nicht von unten an machen Die haben nix, ich wollt grad sagen, die haben nix hier von unten Das ist gut Das ist dumm von denen Denk da an das 6-Pick Das heißt, die werden Die werden höchstwahrscheinlich versuchen Oh, nur Alu Hör zu, wenn Wer ist denn was sagt Die werden versuchen, aus Study zu kommen Die werden versuchen, aus Study zu kommen Deshalb will ich in Pre-Place C4 Und dann muss ich in seiner Drohne bleiben Und sagen, wann er reinkommt Ich schilde meine Drohne Ich schilde meine Drohne Ich schilde meine Drohne Wo willst du die Mira haben? Das ist die Frage Ich dachte Trophy sind wir Ja, guck doch Das ist Trophy Du meinst Aviator und Games, kann das sein? Du meinst Aviator eigentlich Ja Achmed, Lanikato Egal, 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 egal Egal, egal, egal Alles gut, das ist auch hier gut Ich wollte eigentlich hier fast das Geister-Spiel Hier ist ne Cam, hier ist ne Cam Ja, ich weiß Ja, ich weiß Die geht in Games On Ping, On Vierer Ping On Vierer Ping ist die Cam Abfall Abfall Ich wollte noch nicht auch noch Cam gewesen Ganz kurz, ich dachte, dass ich mich Jäger hinterfälle Ganz kurz, ich dachte, dass ich mich Jäger hinterfälle Äh, die Roma werden sein Ich und äh Also hier ist eher so ein 4-Spot-Halter Das heißt, ich werde so, ja Und wenn du Nee, Monta ist der Frager, Monta du gehst weg Ok Magazin wechsel Luftverdichtung kalibrieren Bereit Magazin Monsa, du bist an da und am Gucken Äh Hast du noch Hast du noch... Hast du noch... Ich bin die Cam Äh Überhaupt eingangs ist schon einer reingekommen Bei Lobby Die sind outside Master Einer in Master drinnen, maybe Master ist... Doka Master, maybe BGM dich ab, Mossi Und outside Master müsste auch noch ein oder zwei sein Ja, ja, ja Monta rotieren Versuch nach oben bisschen zu rotieren Guck mal Nineties Nein, die gucke ich Nein, die gucke ich Nein, die gucke ich Nein, die gucke ich Astro Stairs Astro Stairs Ja, ja, Astro Stairs will niemanden Ja Nomad Mossi in Camps Im Bad Im Bad Termite Wenn nochmals dann Nomad in Master Bedroom Ich also study Da push ich jemand, Alu Ja Ey, in der Ecke Äh, Master, Master, Master Push rum, zu rum Eng rum Wir haben eine Bombe lokalisiert Ihr wisst, was zu tun ist Immer noch einer zur letzte Astro Sie kommt 2 Astro Eine pusht, eine pusht Einer pusht, Monta Beide pushen Einer pusht Ich glaub, sie rutscht mich Ich seh sie nicht Mission gescheitert Ja Ich kommt sie nicht sehen Ah, Alter Ich... Ich hab... Ich hab den Übel So, jetzt nochmal Aviator Ja Ähm 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 Wasim, kannst du mal Mossi machen? Kannst du Mossi machen? So, ich hab ne Idee, wie ich die Mira jetzt mache, ja? Was ich mir verkotzt, die bei Aviator machen Ich mach beide Wände zu bei Aviator Mach die... Mach rechts ne... Äh... Mira hin, aber mach die... Link... Die rechte Wand davon Komplett auf, dass ich einfach nur rumpiepen brauch Das ist mega nice Äh, ja Einfach Und dann Wände brauche ich ja davon Die Bomben schützen Ich würde sagen, gleich 90 spielen Standort der Bombe in Gefahr Entsprechend planen Gold Es bleiben noch 10 Sekunden Mirotzi, wenn du dich zu haben willst Bayon Pick 1, ist die kalme Es bleiben noch 10 Sekunden Und Pick 1, ist die kalme Nein, wenn du dir zu haben wollen Bombe vom Gegner entdeckt Vorne Weiß Replace C4 Wo? Äh, bei Study Ach, unter Study Na, warte, die gehört nicht Uns Drohnen stellen Hier, ich ping dir es Habe ich gepingt? Ja, ich bin nicht unten, ich kann keine C4 Habe ich den Nomad Achtung Jungs Eine bitte andauernd in Camps sein Muss ich auch ein bisschen in Normal Camps rutschen? Ja, ja, klar Deine Camp ist weg Äh, meine Study Camp ist weg Mhm Soll die haben, äh, dem Default Camp nicht weggemacht Ähm, welchen die sind zwei Leute Hat jemand da unten einen C4? Blendgranate? Nein, nein, nein Inside, 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 Inside Ja, der Aponi, Scheiße, Nerv Oh, lol, da ist auch... Hat jemand, hat jemand Mainz in Red Stairs? Nein Möchte jemand, nicht mal Rolten Die ganze Zeit Oh, lol, da ist auch... Das ist locker Toca Immer noch Belkney, zwei Leute Astro Ey Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein Hallo ist alles Ist noch nichts Vier Tod für mich Okay, du bist Ich bin weg Ach, Metro Ich bin weg Wo die Aponi kam Direkt an der Tür Direkt an der Tür Direkt an der Tür An der Tür Nein, aber hat gut Hits Ich kann Rom und C4 rausschmeißen, aber... Das wird Ein Astro Auf die Doka Ja, eine, eine, schon mal einen Spot gleich. Bei Bar, bei Achtung. Hinter der Bar. Ich lade nach! Anärters platziert. Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe. Nur mit, nur mit raus. Letzter verbleibende Gegner. Die Entschärfer aufgespürt. Sofort. Jawoll, sehr schön. Egal, kriegst du nicht viel. Ich lade einen neuen Entschärfer. Ah, ich spiel keine Mira mehr bei uns. Sehr schön, sehr schön. Mit eigener Druck. Von Mira, egal ist mein Operator. Ja, und wieder mit der Brust, hinterfragt einmal nicht, was die mit einem Brustschi hat. Ja, weiß auch nicht. Wir werden nächstes Mal wieder eine Arone spielen. Und eine Melusi, ich will eine Melusi haben. Ja, okay. Und eine Mira. Hä? Das passt doch nicht. Wir sind für eine lokale 6. Die, aus dem Mira, ähm... Mira spiel ich jetzt nicht mehr so gerne eigentlich, weil... Alles gut, ich will pre-placed C4 haben, Jungs. Ich, äh, kann man... Kann man den Master, äh, Master-Battroom... Master-Battroom? Master kann man pre-placen, aber da sind halt drei Fenster. Ich wollt grad sagen, das ist eigentlich... Ich will, äh, ich will ein C4 in bathroom. Unterm Fenster? Guck mal, ich sag dir... Okay, warte, ping mir. Ping, 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 ping. Damit die nicht mit dem Einmarsow rumfingen können. Ich muss das Ding wohnen. Wo willst du das C4 haben? Ich will, dass ich hier hab. Genau hier. On-4er-Pink. Lusi, pack das Ding mal lieber hier hin. Die Wand wurde befestigt! Ja, hast du's los. Ja... Achtung, die Gegner haben meine Bombe gefunden. Okay, anführen. Oh, krass. Diese Drohne entert. Wollen wir? Ja, wo? Äh... Tobi, fertig... Hier ist die Cam. All right, der Mainstance. Bozzi, brauchst du für die Cam zu beendet? Ich hab noch keine Cam. Ich hab noch keine Cam. Ich hab sie gepingt. Habt ihr das, äh, pre-placed C4? Habt ihr das, äh, pre-placed C4? Habt ihr das, äh, pre-placed C4? Ja, ja. Warte, ich fahre eine Drohne hin. Ganz versäuze, die sind, glaub, oben Stahl hier hin. Warte, äh, C4 ist von Back to... Oh Gott. C4 ist Back to the Window, ne? Kann mal jemand das Lighting-Cap gehen? Piek das nicht, Dante. Ich weiß, Piek nicht. Montel ist der Frager. Ja, Mainstance ist oben. Lass ihn kommen. Wo ist das C4? An welchem Fenster? Ja, Mainstance ist oben. C4. An welchem Fenster ist das C4? Wassim? Wo ist das C4? Treffen, aber... Oh, Babs! Ich kann sagen, wenn ihr was kommt. Ja, Camp nicht. Reds, der ist gleich. Einer jetzt drin, glaub ich, ihn macht er Bettelung. Fenster geht auch. Astro-Window. Oder Backroom-Window. Macht er Bettelung. Motti hat die Camp kaputt gemacht. Da beim Kamin, das Window. Wir haben wieder eine Dopa. Ich kann auch nicht Dopa. Wieso? Die legt dich hin. Wo? Ich lade nah! Ich darf sagen, wenn das Lightroom kommt. Upo-Flash. Zündet zu viel, jetzt! Jetzt! Wer kommt hier, Digga? Glaub ich auch. Bedroom. Master Bedroom. Schön, die letzte. Bedroom. Eine Push! Tamat Push! Tamat on Peak! Tamat on Peak bei Master Bedroom. Astro! Astro! Tamat hinter dir! Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Ja, die haben miese mit mir gerechtet, Junge. Äh, Astro. Ach, scheiße. Ich hab den Call zu spät gehört. Egal, egal. Ich dachte, da wäre noch einer in... Lass mal kitchen. Lass mal kitchen. Ja, 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 ja. Ich hoffe mal. Ah, nee. Ähm. Was willst du haben? Was willst du haben? Ich will Aroni und Melusi. Ja, warte. Ja, am besten. Mhm. Wer wechselt? Ich wechsle mich auf, Melusi. Ach, Digga, Alter, das war so dumm. Alles gut. War auch unser Fehler. Wir sind auch so schlecht gestorben. Ja, das war auch schlecht. Mein Aim ist Katnissch da, von daher... Hm, Ditto. Ja, ich wollt Mainz, das hochkennen. Ja. Sag mir, wo du die Aroni-Dinger haben willst. Nicht so zu sagen. Ich bin definitiv mal zu hier. Wo ist hier? Wo ist hier? Wo ist hier? Wo ist hier? Ja, dann fangen sie auch. Sonst schießt nicht daneben. Ich hab hier eine neue Drohne für uns. Ich muss da nicht mal zielen. Ich hab hier eine neue Drohne für uns. Ich muss da nicht mal zielen. Wo willst du nur Rotation haben? Wir müssen nur Rotation haben. Wacht, Tim, wo die anderen... Wo die anderen... Wo willst du nur Rotation haben? Rotation ist, äh... Du meinst die Aroni-Dinger? Ja, wo? Sag mal. Eins hier. Und das letzte? Eins habe ich noch. Weil ich mach hinten, äh... Das letzte möcht ich gerne hier haben. Ok. Ich rotiere raus Die kommen schon hinten bei Piano rein Piano, 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 okay Einer hat Rendo hier angeschlagen Er ist doch offen Ihr seid zu viele draußen, Jungs Wir brauchen mindestens noch einen In-Room Hier hat jemand ein Mud-Room aufgeschlagen Hier droht jemand Memory wird gedroht, pass auf, er weiß, dass du da bist Das sind Sophia gehört Der ist hier, piek das nicht, lass den reinkommen Die Lobbycam noch Ich lade ein neues Magazin Die haben einen Zero Hier ist einer an Ping, vierer Ping Die sind schon im Panty Der Tilt geht weg Schön Eine hat noch Hits draußen Noch einer Outside Da ist jemand Osten ist Sophia, Keller ist Sophia Keller ist Sophia Ja, Outside lauern wir zwei Leute Nachmittag hast du das? Keller ist Sophia Hafer Ja! Einer noch beim Bicycle Hier ist eine kleine Raum Ist es drin? Hier ist noch einer in dem Raum, glaube ich Ja, noch einer ja kommt wenn sie default denn es durch mission gescheitert ich habe niemand gesehen ich dachte er wäre weg gewesen ich würde die leute verdammt spät ich kann ganz kurz reden warum dieser ace auf meine füße schießt und ich in der zeit zu sterben ja weil seine waffe viel zu krank ist das ist ja wieder trophy du meinst elevator ich meine avito ich spiel jetzt aber auch unimmer mit dmr ich glaube ich muss ein bisschen aggressiv aggressiver spielen die rechner sich darauf definitiv sind eigentlich nicht gut ich habe mich auch einfach ich war eine falsche moment mit dante gemeinsam zu ich habe gesagt ich spiel jetzt ein bisschen aggressiv ich spiel jetzt ein bisschen aggressiv ich spiel jetzt nicht ganz wohl ich spiel jetzt nicht ganz wohl ich spiel jetzt nicht so und wenn ich merke wir fallen dann komm ich natürlich zurück ich spiel jetzt nicht mehr schon wieder deaktiviert ja gleich ich werde die frage unterstützen Mogi bitte zwischendurch mal 90 cam gucken einer ach so, das bist du bitte nicht raus dieser liegt schon in Study einer noch aus dem Balkon ihr sollt beide nicht gegen nur eine Rauchgranate da pusht keiner, keine Angst einer ist noch geseilt da sind 3 Leute einer hat Study Window aufgemacht Study Window ist offen ich geh runter ist einer unten bedrohend der Main ist offen die haben Mogi hier die haben Schildspieler Jungs, die liegt da beide ihr seid da zu drittchen ja ich geh auch wieder ich hör schon mal wieder aus warte mal Reds ist aufpassen da hier ist ein Monty lasst ihn nicht reinkommen ja Monty steht da noch in der Doh schön schön ruhig Jungs, ruhig beide outside, lasst sie reinkommen bliegt sie nicht haben wir da ein C4 beim Diffuser unten ja ich hab hier unten ja es ist immer noch gepript hier ja es ist immer noch gepript ich geh aus der Party bis später ja ja nisch 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 guckt euch an saustarke Runde Jungs saustark rund wo wenn der warte im Rank muss das genauso laufen sehr gut ja Wohin denn jetzt? Kitchen oder Trophy? Kitchen haben wir besser gespielt Kitchen hat mir besser gespielt als Trophy Wenn du willst, JD, ich weiß ja nicht, ob du die zweite Map jetzt spielen möchtest. Ich muss essen, jetzt. Achso, nein, wir spielen ja jetzt noch. I don't know, wann die zweite Map ist. Scheißegal, dann bis nachher, ich schreib jetzt. Schreib einfach nach dem CW, ob ihr noch rankt sollt. Ehrenmann. Die Bomben schützen. MNK, das werde ich melden. Ey. Hier wird niemand gemeldet. Ja, Deko, Deko hat geschrieben. Monte Maschine, Bruder, was am Krieg. Deko schreib. MNK, das werde ich melden. Ja, Deko soll aufhören zu heulen. Der spielt hier am meisten MMK in DayZ. Marc, da sieht man ihn gerne. Ja, DayZ kann man MMK. Geht noch fünf Sekunden. Alter, Munster. Junge, ich weiß, ich fiel bei uns eh nicht damit, Regi. Ja, hier ist keiner so arm. Ich hole 240 Euro ab, das ist fair mit dem K. für Rainbow. Das ist absolut nutzlos. Nein, bitte ruhig mit dem Weinkeller chillen. Okay, mach ich. Tschüss. Irgendwo hier. Verbrüttel dich. Das war's im Weinkeller. Aber wein nicht im Keller. Ja, der Wein wird schon leer getrunken. Mich nicht lebt vor euch. Wir wollen wieder Louni. Schild bei Louni. Schild in Louni. Monty. Monty hat einen guten Fuß. Flash. Monty in Louni. Aide steht hinter ihm. Aide macht mal einen Schwenkack. Weinkeller, Weinkeller. Ist nicht hier hoch. Das sind wir da aufgeschlappen. Irgendwo ein Fenster. Wir sind in Louni drinnen. Wir müssen gerade auch irgendwie eine Kontaktleiter reinwerfen oder so. Schieß mit der Shotgun an. Wohin? Jetzt. Schieß mit der Shotgun an. das ganze nochmal kommt nicht nach oben memorial könnten die auch rein ne wir wollen über memorial und laundry aufbauen komm hoch, komm hoch, komm hoch komm hoch, master schön, schild auf weinköller ich sehe aber nichts schild wieder laundry drin ja, monty ist oben ok wir wollen über astro locker kommen alter ist main lobby ja, oben oben in ich guck mal, dass ich die ironie zu pause memorial schön kapital mante, versuch mal ein bisschen zu aim zu geben ja, jones was du musst ihm ein bisschen helfen die pushen mich hier oben so hart raus ach, einer ist der der mit der nein, der monty monty ist slow monty ist wirklich slow oben end ist der schön monty versuch runter zu retieren jetzt ah, nicht so einfach nur noch 15 sekunden der monty kommt monty und firma kommen beide glaube ich über monty aber letzter sind sie nicht runter gewonnen 5 sekunden mit monty 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 jones ich hab's gehört es ist so schlecht jones ich hab's gehört die spielen mit shield man mit dem gegen kommen ich hab's gehört jones ich hab's gehört ich hab's gehört die spielen mit shield okay jungs back wer spielt denn back schnell mach ich jones jeng wir brauchen ne jeng Wir haben auch keinen Breacher Ja dann spiel ich Termite Warte, dann spiel ich Ace Ace oder Termite, das vollgehe Jekyll ist auch gut Jekyll ist wichtig Jekyll ist wichtig Jekyll kann Bugsupporten unten Das hab ich weggefickert Das heißt Monte Monte und Aime, ihr geht beide gemeinsam an Ich finde euch ein bisschen stark zusammen Ja das klappt, allgemein passt auch Operator-Technisch gut Und hier sind dann alle oben Ja gut, dann so heiße ich ja Ich würde aber sagen, wenn wir vorne Main Breach aufhaben Dass wir vielleicht auch 9-Tier aufmachen Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzunehmen Wir versuchen es, nachdem wir die Study aufhaben Ja eher Study und dann gucken wir, was wir 9-Tier noch aufmachen können Ja, wenn wir Volt aufhaben, bekommen wir eine Rotation getrennt Checker, mach mal gleich mal eine Library-Kir Library, Library Ich hab... Ich hab... Wenn du von Main direkt linkst Ja, ich weiß, aber ich hab... Okay, warte, ich verleihe Okay, gut Wir haben was mit Shotgun, maybe in Castle Ja, hab ich was gegunden Das ist das Wippe-Shorting Und die hat mit Castle-Abteilung des Einsatz Und ne Mira-Klauber auch Und ne Mira-Klauber auch Da war noch eine Bombe weg Ich sammle meine Drohne wieder auf, glaub ich Ich sammle meine Drohne wieder auf, glaub ich Wir haben da hinten Haseltine Dante versucht irgendwie von irgendwo anders aus der Hier reinzugehen Oder wartet Ich tron für euch vor Jedes Mal such ich meine Drohne, Alter Und wo soll ich denn gehen dann? Äh, Twitch, was hast du als... Zweit... äh, als Gadget Play Alles, die hin Dann eine muss von... eine muss oben auf... Oder lass das einfach aufschlagen, weil... Kein 3-Place C4 Ich seh keinen Main-Imprint Lass dir, mach das ja auch Mach den auch Lade-Magazin Sicher von Geh nach Mira, wenn du offen Ben ist halt weg Langsam Jungs, langsam Langsam Direkt einer Drohnen Nein, ich seh daheim Du hängst noch Oh, Jäger-Laby 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 AIM ganz langsam, ja? Ja, ja Ja, ja Okay In Studysitsch schonmal keiner Haben die Strom? Ja An einem Eim ist da... An einem Eim ist da... An einem Eim ist kein Luftkanzler Main Stairs ist clear Nein, die seh ich auch keinen Die haben ein Schild aufm Billardtisch Jäger-Laby Jäger, ich kann gucken was ich hier den Wörつflug Ja, eine Mira Henderson gibt es offen Jäger-Laby Er hat mir seh... Jäger-Laby ich habe keine kämen mehr 90 ist offen also 90 könnte man brechen potenziell jeder ist raus ich gehe ich gehe dann red hoch baut ihr astro auf baut ihr auf ihr wollt ich gehe ich sehe auf keine kämen wir müssen ich höre nur internet ich höre nur internet ich habe einen link von dir 90 ist 90 ist banded ich habe da extra banded banded ist 20 AP in 90 15 sekunden mir rat mich 90 komm study 5 sekunden oder unter dir sorry leute ich hatte die ganze zeit mein stick mein stick ist irgendwie das war nicht schlecht hast du stickdrift nein ich habe keinen mehr ja das auch mal da mute dich mal kurz und puste den stick rein das hilft ein bisschen kurzzeitig ok echt ja die haben uns die haben uns werden jetzt wahrscheinlich astro hängen ich werde packen was warte da spiel ich noch mit wir brauchen ein ace ich wechsle ey jungs das war gut gespielt aber schneller executen wir haben das unten gecliert da müssen wir schneller hoch drohen hocharbeit execut wäre jetzt bei 22 30 das meinen wir ja mit execut dennis defu dennis defu ja ähm so aber vor allem ich bin nicht komplett fehlerplatz gewesen auch ne ja mit ace und mehr drohen wir hatten zu wenig auch ich hatte keine camps mehr jaja aber ace ist gerade eben ja ich muss sowieso spaß mit ich würde es wieder ähnlich aufbauen braucht es wieder so auf wir bauen das wieder so auf aber bis jetzt im Schlotter zeit war das Problem also wir sind das aber tot wir haben ace ja ja dann bauen wir das trotzdem so über Master auf ja dann geh ich mit Checker nach oben Master ok dann gehen wir Kitchen um rein ja Kitchen muss geklärt wie ein Falzpuls oder so eure Drohne hat eine Bombe gefunden ja auf jeden Fall Jack and Share hat am besten eine Cam in Kitchen rein weil ich habe eine Miete ja Kitchen Cam habe ich das ist aber Dining 5 Sekunden ja Kitchen Dining ich drohne sowieso noch lass versuchen Master Badge um rein gelangst zu der Bombe und entschärft sich aufpassen auf das Runde wir gucken direkt nach hier den äh den eng also eng ja 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 versuch bisschen zu drohnen vor oder vor ja ja klar ja logisch ich drohne Memo und so aus drohne so Kitchen und Lofi aus ja Kitchen mach ich Kitchen mach ich ich krieg schon mal Fett nix ich hab mit Darmia ich hab mit Darmia und ich hör Astro was Astro hör ich was äh kleiner ADS kommt in der Kalten ist ein ADS ich hab auch nix Ankleid zumal ist frei die rechte Wand ist unverstärkt vom Ankleid Darmia ist auch nix einer liegt leicht in der Badewanne Sonnette ist frei Badewanne ist frei äh Rusche frei Achtung Mira hemmt dich ab Achtung Mira hemmt dich ab Achtung Mira hemmt dich ab Fieger Fieger sind Wo ist der Viertpick mit dem Pichonau bitte äh Bud versuch mal ja versuch mal von hier oben unten auf zu machen und Viererpick Strom weg Mira 99 Einer bitte Master Bedroom drohen Strom ist weg Mega dead Strom ist weg Buck Buck Master Bedroom ist eigentlich frei aber das Mira unter dem Mira Fenster ist jemand Ja aber du kannst trotzdem Greed check Wo ist das Mira bin? Wo ist das Mira bin? Hier An der Mainwall Ist bathroom noch clear? Ja Unten Unten Dining ist die Mira Checker Ended down Checker unten Dining ist die Mira Null Drohnen Jungs ich will rein Ich halte hier die door Ich halte die door hier Bzw. links Ich aim grad ein Bitte rein drohen Bitte einer rein drohen Ich aim kitchen ab Mira ganz gut Achmed du bist ne Nomad du kannst Mira Fenster ist frei Mira Fenster ist frei Links Links an der Statue ist auch frei Geh rein du kannst rein du kannst Ah mit Gehörn Hier hat dead Astros erst mal sie Stark Nur noch einen Gegner Stark 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 Ganz kurz an dem der mit mir unten ist Die ganze Zeit Wenn ich da aufmache Muss ich mir schon Kammern geben Ja sorry Ich war zu weit weg Ich hab mich zu sehr von dem Jäger fokussieren lassen Der hat mich da ein bisschen Ja der hab ich dann weggefickt Ja genau Ey das ist gut so Das ist gut Das ist sehr gut Ich werd jetzt mal ein Bug spielen okay Äh Okay Und dann am besten Ja Ace So Äh Denis wenn das Wenn das für dich Nicht passt mit dem Hardfeacher kann ich auch mal ein Ace zocken ne Ich sag's nur Alles gut Wenn du fraggen willst Ja ähm Alles geht nicht Ich vermiss meine Asche irgendwie Oh du meinst so viel Ja Ace ist eh ein bisschen genervt Als wenn man darauf nicht eingespielt ist grad ein bisschen kritisch Ja ich komm mit eh schon klar Auch nach der Aktie Ja Ich komm damit auch ganz gut zurecht aber ich bin kein Fracker Also Fracken ist das was mir am wenigsten liegt von allen Ja Also Switch Ja Switch spiel ich auch auf uns zu sehen Ja Switch spiel ich halt seit letztem Switch macht sehr viel Spaß Switch macht sehr viel Spaß Muss ich auch sagen Ja ich auch Weil wenn man mit der Camp vernünftig arbeiten kann Das ist eine saugen großer Hilfe für den Breacher In die Kitchen Ja Ja Der breacher sind sie nicht Boat die sind unten Ja Warte Warte vor Da ist das Top Clock hier Wir wollen auf dem man Top Clock hier aufnehmen Komm Äh Die haben Kapkan heute Die machen Kapkan Memory kann man doch breachen oder? Kapkan haben die äh Runden bei Piano Runden bei Piano bestimmt Die singen Kitchen oder? Ja wo ist der? Ja wo ist der? Ich will alleine gehen. Aimish, komm zu dir. Ja. Wir versuchen von oben auf. Ja, okay. Wir machen von oben auf. Das passt. Das passt. Das passt. Runnst du? Perfekt. Mach mal Fenster auf. Mach Fenster auf. Mach Fenster auf. Das ist nix. Ja. Ja, mach mal Fenster auf. Twitch hier diese kleine Raum. Memo sehe ich auch nix aus. Da ist Fenster auf. Langsam. Fenster auf. 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 Wo ist das Evil Eye? Da. Evil Eye Memorial ist dead. Kapkan ist weg. Kapkan ist weg. Es ist free. Es ist alles free. Bitte scan mal den Kapkan. Ich lass ihn wieder hoch. Und. Ich lass meine Cam in Main Hallway. Ja, warte ich komm rein. Komm rein. Scan. Kapkan scan kommt. If they're in storage. Ich lade nach. Okay, warte. Wie viele sind uns? Wacht bitte einmal hier aufmachen. Wacht bitte einmal hier aufmachen. Wacht bitte einmal hier aufmachen. Und Zeit ist. Wer in der Kitchen hat meine Cam. Sack. Hier ist einfach ein Mira. Und. Wer hat mich irgendwie getötet. Astro. Ja, warte. Wer in der Kitchen. Leine Magazin. Das ist falsch. Ich hör jemanden. C4. Hätt einer meine Cam im Main Hallway. Hab ich. Kapkan Lighties. Einer kommt. Einer kommt Lighties rum. Bitte eine mal an meiner Cam halten. Mira ist raus. Irgendein Mira ist offen. Ein. Kapkan down. Wir müssen langsam runter rotieren. Ja, eine ist die Klappe aus Mira Fenster. Magazin wechsel. Drohnen. Da ist zwei Drohnen. Hinter Jungs. Wir brauchen einen Tisch. Deinigen sitzt keiner. 5 10 Sekunden. Wir haben keinen Defue. Wir müssen ihn töten. Wer ist raus. Wer ist raus. Wer ist raus. Wer ist raus. Der Kassel in der Ecke. Nein. Holen. Holen. Kill. Ah, schade. Nein, das war noch zu dieser Seite. Ey, das war nicht weg. Ah, ne. Wer hat den Defue nicht. Das ging auf meine Kappe. Das ging auf meine Kappe. Das ging auf meine Kappe. Weil ich gedacht hab, die sind ja auf dem hinteren Spot. Und da stand direkt Kappe. Ja, ist gut. Das war dumm. Das war nicht schlecht gemacht. Ey, das war nicht schlecht gemacht. Kann ich das, wenn jemand wirklich cracken kann? Oder wird da irgendjemand schicken? Ja. Wir brauchen einen Top-Frager, der einfach reinmarschiert. Und die fight sollt. Pack den Jekyll. Dann pack ich einen Ace. Ich werde einen Gridlock spielen. Gut, passt. Dann pack ich einen Gambreacher. Passt. Passt. Das ist gut. Das ist gut. Wenn die aufgemacht haben, wollen die wieder irgendwie Astro machen. Ich denke, dass... Ich bin jetzt Preach. Ihr müsst das jetzt machen. Ich bin jetzt Preach. Dann lasst wirklich alle von Study reinkommen. Wirklich alle. Wirklich alle. Nee. Ich... Du willst komplett über Study. Ich würde als Ace... Würde ich... Trotzdem Master gehen. Oder einer geht's... Oder zwei geht's Study. Und dann gehen drei Master. Ja, ich bin Master mit Ace. Ich brauche irgendeine Master mit. Ich komm mit Master. Okay, gut. Ja, ich bin lieber Master mit Study. Dann, ja... Nomad doch auch richtig Master beim besten, oder? Also vielleicht ein Flankwurst über Master wird und ein anderer Flankwurst für uns. Ja, richtig. Wir haben zwei. Das ist gut. Wir haben schon mal einen Stack. Sehr gut. Äh, entweder Nomad oder. Ja, ich komm mit dir. Ja, ich komm mit dir. Ich komm mit dir. Ich komm Master. Wenn er Breach ausmützt, würde ich auf die Astros der es rotieren. Die an sich sich... Brauchen wir auf jeden Fall was von unten was wegmacht. Irgendwer muss von unten Zeug wegmachen. Oder das ist gut. Ja, ich hätte mit Twitch probieren, aber... Mach das, mach das, mach das. Du kannst. Eigentlich ist das auch nichts. Kann ich reinwohnen? Also Sally seh ich noch nix. Games, auch clean. Ich hab aber eine Aviation noch nicht getroffen. In ImageArea, ne? Ja, eine Stimme weg. Aviation seh ich auch nix. Landing, auch nicht. Batches, auch nicht. Keine Drohnen mehr. Raus. Kannst. Kannst. Aber hier ist irgendwo ein Video. Aber hier ist irgendwo ein Video. Ich glaub ich hier ist irgendwo ein Video. Ja, eine Astros death. Hab keine Cam mehr. Follow FIFA. Ich weiß halt nicht, der Hitchee. Ey, Vichy, Wett, 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 Wett. Einfach checkt hier. Du musst die Twitch wegmachen. Ich brauch die Twitch. Ich hab keine Cam mehr. Die haben alle Cam zerstört. Sophia, Sophia, wo bist du? Genau, das ist halt in der Nähe. Ja, das ist ganz einfach. Vichy ist unter uns. Vichy ist unter Rapsdale. Also... Der war hier, Alter. Vichy ist dead. Vichy ist dead. Vichy ist dead. So, ich versuche... Ich geh Astro. Ich geh Astro. Nein, nein. Ihr könnt breachen. Ihr könnt breachen. Ihr könnt breachen. Wird breachen? Ich hab eins weggemacht. Eins hab ich weggemacht. Ah, ok. Geht auf. Spendet Astro. Das war Jäger. Er ist raus. Jawoll. Sehr gut, Junge. Oh, ich hab zwei aufm... Alter, das war ein Warbang gegen zwei. Oh shit, ok. Ich hab noch einen aufm Boden geschossen. Ok? Letztro. Warum bin ich jetzt da mit... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weil vielleicht... Weil ich... Weil ich mit... Vorhin mit Ace reingesprungen bin. Das ist eigentlich Strafregung. Wir werden wieder versuchen zu breachen. Diesmal werde ich von unten aufmachen. Ja, genau. Och nee, Dicker. Ja, die werden jetzt hier Gangs sein. Die werden definitiv Gangs sein. Ja, die Clash kann... Die Clash kann mein Konto. Die können jetzt eh wieder Elevator sein. Denkt dran. Ich meine... Wenn die Gutes wird das schwer. Egal, schaffen wir. Kriegen wir. Komm, kriegen wir. Wenn die Gutes wird das schwer. Aber da hol was. Ich muss auf die Clash auf eine Ladung werfen. Dann muss einer da stehen, der sie abschließen kann. Dann ist gleich stopp. Dann ist gleich stopp. Ja, irgendwie so. Müssen wir auch irgendwas schaffen. Oder Push-Clash-Folz. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ey, Arno. Warst du heute beim Clip dabei von mir mit Clash? Hm. Ich bin doch erst vorhin halb 6 angekommen und... ... halb 7 in die Party. Ich hab ein Ace mit Clash gemacht. Oder war da jemand von der Stadt? Leute, lasst uns auf die Runde fokussieren. Ähm... Ich... 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 kadid... Ich... Also ich und... Ich und Sophia. Lass meine Drohne Main hallway stehen, direkt neben der Treffe. Auf dem Tisch. Jetzt versuchen wieder aufzumachen mit einer Sprengladung am besten. Ja. Erschossen oder? Ja daneben. Lass mal ein bisschen weiter von hinten. Das ist nicht so richtig gemerkt. Wie viel denn jetzt? Was denn jetzt, Alter? Ja nach dem hier. Haben wir Bleaching Charges oder sowas? Na mach auf, mach auf. Ich mach schon, drohnt ihr schonmal. Also, Piano ist nix. Ich dachte, die 90 Games stehen. Oh, Art ist hier in der Rotation. Die haben wieder ein Myra-Window. Wo? Ping mal. Hab ich. Äh, Clash ist aber unten in Libby. Jetzt Main. Ja. Wenn der Drohne, ich breche auf die Calls. Warte, ich komm zu dir. Ich zieh die Sophia hier um. Ne, ne. Eine in der Myra-Fenster. Die ist nach oben gelaufen. Ich guck mal, Library. Äh... Ping mal den Bridge. Ping mal den Bridge ganz gut. Äh, einer... einer von 90. Das ist, äh, Splash. Splash is in 90. By Red. Da ist eine Wall von Breed. Hier ist die andere Wall von Breed. Nicht Ace, nicht vor mich bitte so... Jaja, okay. Strom ist weg von Myra-Fenster vom Linken. Ähm... Stande, hör mal auf. Stande, nicht schießen. Ja. Einer ist, glaub ich, close. Ich würd versuchen, ich würd versuchen... Flash hier. Wo ist die Clash? Ist die im Raum? Ist die im Raum? Die ist immer noch im Raum. Kann der da fehlen? Ping, 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 ping. Ich kann sie nicht fehlen. Ich kann sie nicht fehlen. Bin ich rein noch, bin ich durch. Magazin wechsel! Hä? Flash ist unten. Vor Piano. Sieht man. Flash down. Nice. Richtig. 40 Sekunden. Ohne. Myra sitzt hier. Das ist auf dich. Ey, Sophia, hier ist Breed. Hier ist Brain. Hier ist Brain. Bier. Jawoll. Langsam, wir müssen langsam rein. Ace, bitte ... Nein, eine, uh... Tresor. Tresor, hat mich auch. Mach mal bitte. Das ist ja los. Man tesor hat mich auch. Der Bar, NAHIS. ĩSTER,imyized recursection. Antifa ist rausgerannt. Es ist ein PT garant. Ich hab die Tür rechts von dir, die hab ich links von dir, sorry Ich hab von der Hallway aus Ich weiß was, der ist da, der ist ok Schreit Sehr gut, Junge Let's go Alta Hier hin ist einfach Also ganz kurz, wer hat gesagt, Clash ist unter Was war die Frage? Wer hat gesagt, Clash ist unter Boah, die werden, Junge Die werden jetzt wieder kitchen gehen, willst du höher wahrscheinlich streiten Soll ich mal einen Fuse mitnehmen für kitchen? Ja Ja Bin dabei Ähm, dernächst willst du umpicken? Äh, nein, kannst du ruhig machen Ok, dann pick ich um, dann nehm ich noch einen, äh, was anderes mit Äh, ich nehm einen Nomad Äh, was soll ich mitnehmen? Einen Call, ähm Einen Nomad wäre doch gar nicht schlecht Einen Nomad? Einen Nomad? Einen Nomad? Einen Nomad? Ach, er hat auch die Möker noch Ehh Ähm, ok, der Plan läuft so ab, wir versuchen Erstmal von oben aufbauen Ja, von oben Und ich hab einen Nomad von oben auf Lass alle nach oben, würde ich jetzt mal sagen Alle hoch, alle hoch Alle hoch, alle Alle hoch Alle hoch Oben muss, oben muss leer sein, sonst haben wir ein Problem Dann tut alle eure Drohnen nach oben, scheißt auf alles unten Alle nach oben Und lass dann versuchen von oben den Beach aufzumachen Ja, genau Dann mach ich ne Abiliter gern Äh, ok Da können die auch schönen Hitzen mit Bug und Fühls als Kombination Warte, mein Stick also So ums ums bauen, sonst müsste ich eh nicht laufen Digga, dieses Drohnenplacement, ne Ey, das ist nicht schön So, wir machen aber Mein Einsatz sind fünf Sekunden Der kämpft besser platziert als alles andere So können wir Area 51 einnehmen, Digga Dann lass von Study gehen Wollen wir durch Study? Ne, das ist der Last Bar Äh Ne, ne, ne Klar, noch Master Master Weil ihr theoretisch auch von Study aufbauen könntet, das ginge auch Das ginge auch, wenn ihr zu zweit seid geht das Allein nicht Ich komm, ich komm, ich komm Ich komm, ich komm Master ist frei Ankleidet ist frei Ey, Aviator sehe ich schon mal nix Doch, in G- Ey, Vault ist aber ne Ella Vault ist Ella Ist das Games? Valle ist immer frei Valle ist immer frei Ella läuft richtig mit Mainsters Astro frei Bella sitzt auf Mainsters Hab meine Cam Astro ist frei Hast du noch eine Cam? Äh... Trophies frei Äh... Trophies frei Ich komm jetzt erstmal rein Ist noch eine Runde Ist noch eine Runde Astro ist... Astro ist... Astro ist... Astro ist... Astro ist nix Oh ja Äh... Ella Push Study Nein, die Ella Äh, was für Study? Elevator Reds des Runders Äh, Mainz des Nee, Red Bin in Bin in Study Ella auf Red Ella auf Red Warte Nee, hier nicht mehr Ist weggerannt Durchgezogen Wir müssen wahrscheinlich durch eine Main gucken Ich guck mal... Ich guck mal Nantes Wir können anfangen ins Vertical zu arbeiten Ne? Ja, richtig Jungs, Vertical aufmachen Bugs aufmachen Ja, ich komm mal Ja, ich komm mal Ich hab kurz nach der Eyla gefuckt Was? Cade aufmachen Du hast Reachings dabei Oder was ist mit dabei? Ey, lass den Stand Bring unter dir, unter die Stand Also nach ganz unten Ziehlaufen Na ganz unten Ey, ich brauch nenne die Filser Oh no Ich geh rein Ich geh rein Ich brauch an die Faktikilder Gesichert Haben, haben, haben Dich Ich hab nisch Nein Nein Über die kommisch Über die kommisch Er hat Minikamau geworfen Bug einmal hier aufmachen würde Und hier Den Headshot machen Bug Ich hab keine mehr Ich hab keine mehr Fuse hast du Gretchen Charges Wer noch mal auf? Ja oder so, egal Auf und auf Und Ejo Die haben ne Maestro Wir haben 40 Sekunden Ich kann noch einmal Kraft machen Ich hab eine noch gehofft Okay, mach da hin Mach da hin Mach da hin Da hin die Fuse touch Da hin die Fuse touch Und thing Ja, ich hab die schon umgeplaced Du kannst aber auch wieder aufnehmen Ja, äh Bisschen kritisch Ich hab damit nicht zuhlt Warte, warte, warte Wieder tot Na tot Langsam, nix Putsch nicht zu sehr Ja, Ben ist unter der Kitchen 15 Sekunden Ja, leaschen wir noch eines vom eigenen Truppen Ich bleib noch 10 Sekunden Ja, oder? Eigener Trupp wurde emigriert Mein Fehler wieder Ich bin wieder als erster geschossen Na, ich hab auch gechoppt Ich bin einfach wieder Ich... Ich weiß auch nicht warum ich einfach Die... Ich bin einfach die Dinge in Stairs runtergegangen Weißt du, zu weit runter Eigentlich wollte ich die Stairs nur halten Naja Und hab mich dann irgendwann da unten gefunden Und dann war es statt hinterher Das war kein gutes Threat Naja, das war's Äh, wir hätten versuchen von unten zu breachen Also Wir gehen jetzt, ähm Wir können wieder... Wir werden nochmal runtergehen Wir werden nochmal runtergehen Ich kann überall hingehen Wir werden länger runtergehen Und dann... Ah fuck Ja, ich muss umpicken, sorry Ich muss umpicken Fangen kann kann Mach das, mach das Mach das Die werden wieder von oben gehen Also die werden wieder... Die werden wieder... Ich schock'n Ace Ich schock'n Ace Die werden wieder durch Study-U versuchen Was heißt das? Die werden, äh Die werden Kitschen wieder gehen Ja, wir hätten Games werden Da haben sie verloren Ja, obwohl Verloren Die könnten auch sein Die könnten auch sein Ja, Kitschen Die haben die gleiche Aufstellung Die haben gerade die gleiche Aufstellung Aber auch Genau Da müssen wir vielleicht Kitschen gehen Wir müssen ja gucken, ob wir aufspüren Haben wir irgendwer da bei der Pichenschauschaft? Ich hab eine... Ich hab eine kleine Pichenschaus dabei, ja Also niemand... Außer diese... Sprecherspringarten Ja, die erste Karstle-Arikade Kann ich auch wieder aufprügeln Habt ihr noch Hilfe von nicht auf? Leasen-Chef Wir haben den Namen der Ella, sind aber nicht unten Leasen, wir haben Leasen E-Aviator 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 Ja, kommt irgendjemand mit da unten? Ich hab ne Drohne Nineties, ne? Ja, irgendwer mit runter Entweder Twitch, Nomad, Zero ist scheitegal Irgendwer mit runter zu... Obwohl der Zero... Zero kann mit da unten Zero kann auch mit da unten gehen Der kann auch wieder rum Ja, okay Der kann auch wieder rum Vertical, Camps sind glaube ich eh unauffälliger Ich würd sagen von Main Stairs Drei von Main Stairs Und der Rest von... The Study Weil wir wissen... Dann sind wir jetzt zu punktuell eigentlich Wir haben bisher noch kein 1 Mal über Ninety angegriffen Wir haben bisher noch kein 1 Mal Ninety aufgemacht Gart sich nix... Piano seh ich auch nix... Geht gleich auf Hier ist aber kein Loch Keine Miro? Keine Miro Warte, zieh, wechsel! Ich brauch irgendwas, was irgendwen der aufmacht Ich brauch irgendwas, was irgendwen der aufmacht Ich droh mich raus Warte, ich droh mich raus Warte, Dante und Monte, ich werd euch ausdrohnen Ich werd euch dabei helfen zu drohnen Ich hab jetzt, ich hab ne Cam... Ich hab ne Cam by Lobby jetzt reingeschossen Der geht hier! Da ist einer, da war einer. Wo? Wo war er? Über dir, du hast einen getroffen mit deiner Lange. Hier ist... Mach hier noch auf. Mach hier noch auf. Hier bitte noch einmal eine Sophia Charge. Weg Renate! Einer glaube Mainstair ist nicht safe. Ich krieg noch eins weg, Leute. Immer noch, immer noch Jäger. Guck mal, ich geh noch runter, ich geh weg, ich geh weg. Ich mach noch 90 auf. Ja, wollt ich grad sagen, ey. Probier mal 90. Ich probier das wegzumachen in 90, falls die was haben mit meiner Cam. Wo war ich? Da bist du eigentlich nicht safe. Immer noch da bei dem 90's Highway. Immer auf dem Highway hier. Auf Ping. Auf Ping 2. Wir haben hier ein Schild zu Vault. Einer in Vault. Carsten wieder in Vault. Bandit und Carsten in Vault. Wir sind beide rausgeringen. Das Vault. Vault. Vault ist jetzt eigentlich relativ tief. Äh, Jäger Main Hallway. Jetzt vor Piano. Carsten immer noch onside Richtung Vault oder in dem Schild. Oh mir, pass auf, Jäger war vor Piano. Maybe Piano in. Ne, rennt weg, rennt weg. Ist jetzt Astro zugegangen. Könnt euch durch Kitschen gucken. Also. Bar ist nichts. Bar ist nichts. Carsten in dem Schild. Carsten in dem Schild. Carsten in dem Schild. Billettisch. Billettisch. Ich fände den Carsten in dem Schild nicht raus. Oh, Mensch. Verkürzung. Warte, warte, warte. Ich kann jetzt gleich vielleicht. Ja, warte. Versuch mal was. Ich hoffe, dass ich es kann aber schon nicht. Ach. Master, glaube. Mein Gerät ist verraten. Schön. Carsten ist raus. Unten einer in Lobby. Legion in der Lobby unten. Billettisch. Kommt jetzt hoch. Mainsters. Ist dann Billettisch. Hat man eine Kayne. Fünfzehn Sekunden. Kommt 90. Zehn Sekunden. Lila 90. Ich bin tot. Eine Studie, Studie kommt in. Ich bin nicht hinter dir. Ja. Ich muss. Ich muss. Schade. 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 Egal. Egal. Das war gut. Das war gut. Ich weiß nicht. Diese Ella. Ich mache dafür keinen Sound von mir. Ich höre sie aber nicht. Das Problem habe ich einen Customs aber auch. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Wir müssen jetzt zwei Runden holen. Das schaffen wir. Lass Ebi jetzt nochmal machen. Wir haben Ebi jetzt gewonnen. Die da selbe Setup. Helden sind auch schneller zu takeawayser. Ja... soci! Eine Leute sind versucht bitte 90 zu halten. Wo de hinten ist… ach so. Jaaa. Etsy kann ich machen. ardı kann ich halten. Ich glaub sie doch auch nur. Werよろしく das macht? Wer Fresh if players? Ich blöb Schleuse. louis. Wer spielt 90? Ich, Bandit. das problem habe ich auch da ist aber nun custom so ich weiß ich weiß nicht wo das liegt und das kommt nicht brutal und ich wüsste auch gern woran es liegt ich werde euch mal mein usb erzählt ausprobieren vielleicht höre ich es damit ja ich habe auch kabel gewechselt wieder ja ich habe ein normaler controller weil usb ist bei mir kritisch weil das dann durch einen raum hängt und ich habe auch wir haben noch fünf wände was ist nicht cool weiß ich nicht richtung der arbeit ich werde mich und jungs immer daran denken die aroni geht zu reaktivieren kann ich mir das hier unten hinsetzen ich werde eine masik ich stehe gerade kommen nicht offen meine studycam ist da und der ist upside down normals for study aus ich wechsele das magazin einer immer noch 90 window einer immer noch 90 window jetzt runter und nach wird aber immer noch einer hängen lasst sie pushen alles gut ich hab das wenn er reinspringt ich würde gerne weiter in die camps sein ja macht was macht was achtung einer piektisch nein monty von unten monty von unten und einer stand drin aber hier auf ein bisschen richtig ich glaube nicht auf den resten hier die trompi 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 bei mir monty und da drüber ein was denn liegt sonst hin liegt sonst noch ekelhaft oder so stark monty ist da nicht jetzt 90s allwärts los er ist weg denis da haben wir den rollen da brauchst du eigentlich abämt was kommt haben wir das ich wollte sie wechseln ja 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 ist richtig hinten hinter der dorf aber es ist zu früh die vier haben wir noch nicht hier dennis nein ich hab dann 15 sekunden ruhe 15 sekunden er hat getroffen was er ich wechsle das magazin ich wechsle das magazin er ist getroffen dann weg 10 sekunden übrig er wird mainstesten hallway 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 es bleiben noch zu durch monty er muss planten er muss planten ja sehr gut jung sehr sehr gut ich hab den kopf eine runde jungs eine runde eine runde eine runde jungs mit entstander oder angreifer angreifen äh tech 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 ich würde jetzt gerne wissen woher ich diese kapital wusste ich da stehe ja jungen der hat mich auch ganz komisch gold ach ne ist da der monty denn können die jetzt wieder überall hin da wo sie auch wir haben den dick gewonnen ich denke die werden kitchen gehen die werden die werden kitchen gehen ich nehme mal eine sledge mit ja nimm es sledge mit du bist alle du gehst alleine von oben wir brauchen ein ace ja ja die gehen äh ich glaube dann gehe ich aber mit hoch dann gehe ich aber mit hoch dann gehe ich aber mit hoch ja die ella ja die ella ist echt genau ich hätte gesagt wir bräuchten einen shackle würd ich auch sagen aber wer wegsieht ja ok kann ich machen kann ich machen ich wecksele wack ja wack ich will die ella wegbekommen richtig gute idee sonst fickt ihr uns hier halt absolut versucht als erstes auf die fragger zu gehen also auf die roma jaja klar jaja klar joh der gegnt hat ein 2000er bing ja ok brudi hat der im stream an auf einmal keine ahnung egal wenn er fliegt dann beschützt aber egal wir müssen auf dem bridge gehen weil von oben werden wir nichts reichen können joh oh 6600 ja doch vertikal ist viel vertikal ist viel vertikal können wir viel machen ja an sich vertikal ja vertikal können wir an sich was wollen wir überhaupt bei kitchen suchen 8 auf machen nicht so alle durcheinander einfach ihr müsst versuchen hinten bei das kitchen ding bei dem kitchen table von oben auf zu machen damit ihr das alles da unten habt genau wenn ihr das habt brauchen wir nur noch zu zwei stellen abzuheben dann können wir rein an sich könnt ihr aber auch äh kann da ich aber auch memo aufpüchen wir haben ein bisschen mehr intel können wir auch machen ja memo haben wir mehr intel aber ich glaub kitchen ist für den plant angenehmer ja richtig ja klar kann noch kitchen gehen aber trotzdem memo aufmachen dann kann er irgendwie sich mal da hinten draus hinhängen wir müssen da auch ja auch ich war in kitchen hallo hallo joo das ist ja der nächste 3.800 ping für mich 1700 boys was war euch los junge ihr macht merken wettkampf wenn ihr einen ping hat oder wie er hat gleich 10.000 wir fangen bei beidem einfach zu weiter fangen bei beidem einfach zu zweitem 15.700 17.000 17.000 17.000 wer bittet mehr wer bittet mehr wer bittet mehr 18.000 brudi er hat höher op als ich hier und mein ganzes Leben mehr er ist erst im roboter geworden jetzt er nochmal jetzt er nochmal ich bin nur ich bin main ich bin er geht schon wieder hoch er geht schon wieder hoch er geht schon wieder hoch ich geh mit dem montau er geht wieder hoch er geht wieder hoch die andere passen wir jetzt standard auf dem mount kitchen der mount wie take er geht mit dem anlaufs laundry und take on gott auf welchen take? launt wie und kitchen ich guck gerade werfen sehe ich nix close ich auch nix master bett sich auch nix in roundry sitzt keiner die haben auch hier killbox gemacht aus laundry Nobody I feel it Murmurrell 3 bandit weg einer liegt hinterm sofa Karstle hinterm sofa 2 bandit on site einer bombe machen wir und nochmal aufmachen alle ich kann nix machen Jungs Wir stellen die Achtung, der ist auf dem. Racer, mach mal hier auf. Bei der Speisekammer, die Wall. Ja, Moment, ich komm zu dir. Mama! Ich hätte jemanden. Die Wall aufmachen. Feuerschutz, ich lade nach. Aktiviere Drohne. Drohne auch. Eine Minute, Jungs. Einer dort hinten. Einer ist, glaube ich, im Beinkeller. Er geht in Memory, er ist Memory. Du kannst rein. Ja, Ella, oben. Check, wo bist du? Sorry, sorry, mein Fehler. Ich unterschied die anderen. Flett, 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 Flett. Ich hab recht, ich hab recht. Ja, wenn Ella ist, wenn Ella oben ist, hat sie komplett zu schalten. Ja, wenn Ella ist, wenn Ella oben ist, hat sie komplett zu schalten. Ey, es kann zu planen. Er ist Plan. Er ist Plan. Er kommt durch die Füße. Durch die Füße. Durch die Füße. Online und aktiviert. Äh, Carsten Memo, Carsten Memo. Er ist in der Moment, 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 noch einer Kitsch, nicht was ich, so? Carsten Memo. Eine Outrun, durch von außen, maybe. Eine will Outrun, einer will Outrun. Dennis, komm zurück, Dennis, komm zurück. Dürf nicht, sag ich, dass ich kriege. Von oben, von oben, von oben, von oben. Ja, von oben. Ihr dropped, Ahmed. Ah, ich hab keine Chance, Digga. Ja, das Problem war, Checker, wenn ich jetzt sagen, was ich jetzt nur untergehe, ist. Der Entschlafer wurde zerstört. Sie haben verloren. Schade, ey, das war, das war nicht schlecht. Ja, das hätten wir nicht topfen müssen. Ja, das, das Problem ist halt, ich wusste nicht, dass Checker oben weg ist, das Ding. Ja, der muss sich ein bisschen beruhigen, Alter, der Dude. Egal, ey, Jungs, Jungs, zusammenfassend, das war nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Das war bisher unser bester CW-Punkte-Test. Ja, aber ich hab, ich hab, nach der, nach der, keine Ahnung, nach Runde X hab ich einfach nichts mehr gemacht. Ich bin nur noch gestorben. Ich hab nur noch dumm gespielt. Ja, ich, ich hab nicht gespielt. Ich hab drei Mal reingedossen nach oben. Ich hab einfach gespielt den letzten Auto-Altern. Wie lange machen wir jetzt Pause? 10 Minuten. Oder 5 Minuten. 5 Minuten. Ja, 10 Minuten. 5 Minuten. Ja, gut, dann geh ich kurz aus. Ja, ich hab am Anfang, hab ich gut gespielt. Startkostmann Game neu. Ich hör gar nicht selbst. Ich hab richtig abgenommen, dann. Hey, wer spielt jetzt? Komm Fobi hier rein? Ah, ich muss noch in den Game Chat gehen und GG sagen, ne? Ich hab vergessen. Ja, das konnte ich auch nicht. Ich konnte gar nichts. Ich hab keine Game Chat und ich hab auch keinen Steps gespielt. So. Ganz kurz. Ja, perfekt. Ja. Alles klar. Kann ich mich Mull ran mir schon mal Station? Ja. Ja. Ja, aber du bist nicht so weit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hab mirPodcast. Ja, ich hab vielleicht nicht noch so weit. Ich hab mir auch hier Drollstil. Ich hab mein Gamer geschlossen. So, hallo? Wer ist denn da jetzt rausgegangen? War das denn für ein bester Bein? Nein, ich hab mein Gamer geschlossen. Achso. So, ganz kurz. Ist jetzt jeder Party-Jugger? Coastline? Was für Coastline? Ich bin Villa... äh, Clubhouse. Also ganz kurz, ich wurde oben dreimal allein gelassen von dem Typen, der geilste mit mir oben war. Ich bin dreimal alleine oben gelassen. Ja, ich hab auch überhaupt nichts... Ich hab keine Flankwatches gehabt, zwar ich hab ein paar Nomads, aber ich hab komplett die falschen Ecken gehalten. Das war komplett katastrophisch. Ja, ne, mein Problem ist halt, ich wurde dreimal alleine oben gelassen. Das hat mir halt absolut... das hat uns halt absolut gefickt. Weil ich mein, wenn wir nach oben... äh, nach oben gehen, denn der Typ... Ich glaub, das war eben... Äh, der mir die ganze Zeit Kecker gespielt hat und so, der mit mir oben war. Der mich dann dreimal alleine oben lässt. Alles oben offen ist. Das ist jetzt perfekt unten, dass ich... perfekt nicht ab... Gut, ich... Was soll ich jetzt sagen, ne? Der hat jetzt... irgendwie... ziemlich miese Runden gehabt, sag ich mal. Ich mach dann weiter. Nur noch Clubhouse. Wenn mein Stick nicht so abfacken würde, mein Aim leidet darunter so hart... Ich kenn das. Ab der... Ab der siebten Runde hat das richtig angefangen, so... Bis zur sechsten, siebten Runde, wo ich... Ja, vielleicht mal aufschrauben nach nem Match und einmal sauber machen, Stick rausziehen, komplett wieder draus setzen, so... Ach, der kriegt einen neuen Controller kaufen, ne? Ich hab auch... Ja, ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch... Bei mir hilft halt entweder reinpusten oder einmal kurz auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Bin da da. Hast du eben kurz abgequert? Ah ne, warte mal... Eigentlich müsste ich... Ah ne, komm, ich geh mit einem rein. Ich bin ja Team Liga. Ähm... Es war doch grad keiner von uns doch schon in Ingame Chat oder nicht? Wo ist mein Handy? Weißt du das? Soll ich dir denn rufen, Ahmed? Ja, ruf mich mal an, hallo. Nicht du. Nein, nicht du, hab ich gesagt. Hä? Da ist es im Mund... Ja, komm. Also ehrlich... Ich hätte... Ich hätte locker 14 Kills haben können. Ich hätte locker das Doppelte machen können. Aber ich wurde halt oben auf der Leine gelassen. Ja, das war grad unser Problem, dass wenig gekalkt wurde, wenn man rotiert ist. Das hat mein Flankwurscht. Ich hab... Ich hab immer versucht, ein bisschen zu callen, wo ich gerade halte. Aber das hab ich in der letzten Runde auch komplett verstanden. Ja, ich hab zwischendurch auch immer gekalkt, wo ich lange laufe. Ich glaub, das ist auch voll wichtig, dass du halt sagst, okay... Wo man up-aimt. Ja. Aber unser Teamspiel hat sich stark verbessert zum letzten CW, finde ich. Und... Aber... Ich hab nicht auf euch gehört, wo ihr gesagt habt, piek nicht, lauf zurück. Und ich hab einfach gepickt. Ja. Ist einfach los. Ja, ich glaub aber auch bei Overtime, dass man dann auch ein bisschen brain-dead wird. Aber wann spielt man so oft Overtime? Ja, jetzt noch Clubhouse, dann kurz nachversprechen, aber Rang kann ich mir gleich echt nicht mehr geben. Das wird dann zu viel für heute. Oh, Tobi hat was in die Gruppe geschrieben. Vier mal auf, die Spiegel ausklappen, weil irgendwie 0-1 zu stoppen und dann passiert auch das hier. Ich werde jetzt nicht von der Situation vor. Das war's,''vier. Ach, Got it, Lassk'n um'n'n'Zud'n'. Ich sage mal so, eure alten Probleme sind immer noch eure Probleme. Ja, dieses Overpeaken, dieses Gegner-Facen. Gerade in der Defense war sehr massiv zu den E-Mail-Programm. Mindestens 4 von 5 von der G bei einem Overpeaken. Das war ja alt. Ich bin nicht nur auf dem Motto. Was mir einfach gar nicht gefällt, ist einfach euer Attack-Spiel. Manchmal kommt ihr sehr, sehr gut rein und euer Reifen überrennt einfach die Gegner. Was positiv ist. Ja, Digga, wenn man Stick nicht so abgefuckt hätte, hätte ich auch viel besser executed. Ja, aber dann gibt es halt auch so Punkte, dass wo man etwas wirklich sagen muss. Ähm, es sind teilweise 2-3 Leute auf einem Spot und eben eine das selber ab. Ich hab halt einfach halt... Ähm... Ich hab halt einfach halt... Ähm... ...einfach die Flänke zu halten. Oder vorne mal kurz zu drohnen oder irgendwas anderes zu wissen. Ja, wir müssen im Attacken müssen auf jeden Fall Co-Ordineater werden. Ja, wir müssen im Attacken müssen auf jeden Fall Co-Ordineater werden. Ja, und der Defense haben wir wohl sehr viel overpeaked. Ja, klar. Wer sich das nicht angehört hat, selber schuld. Ähm... Also, was ich noch gerne sagen würde ist, und zwar... Ähm... Im Attack... ...war das jetzt auf Villa sehr, 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 sehr Spot belastet. Äh... Sehr, sehr, sehr Spot bezogen. Ja, wo die Kitschen waren, hatten wir keinen richtigen Plan. Im Kitschen haben wir nicht... Genau. Im Kitschen haben wir nichts geschissen bekommen. Auf den anderen beiden Spots haben wir die teilweise überrannt. Ja. So. Das heißt, jetzt auf... Was spielen wir ins Clubhaus? Ja. Ja. Wie spielen wir das? Ähm... Bitte auch hinten über den Pool gehen outside. Ja, also hör zu... Ähm... Wenn wir jetzt erst angreifen oder die Fans? Ähm... Ähm... Das hängt von denen ab. Ich komm von denen ab. Ähm... Ich geh mal kurz Spielzeit, ich komm gleich wieder. Ja, mach das. Also auf jeden Fall. Wir machen die Bages auf. Wir machen alles an Bages auf, was sie können. Ne, hör zu. Der Plan ist, dass wir Bandit spielen, damit wir... Das meiste was gehalten werden muss, ist Construction. Weil wenn die von vorne kommen, ist eigentlich... Soll Bandit Active spielen oder nicht? Die Wand werden die immer aufbekommen. Ich wollte gerade sagen. Wir können die Wand nicht halten. Wir können die Wand nicht halten. Das heißt, du platierst deine Wand. Das heißt, du platierst deine... Da kommen die von hinten mit Granaten. Wir können sie nicht halten. Ja, das heißt, du platzierst da ein Ding. Wir versuchen, Garage freizuhalten und Metal-Stairs. Wir könnten aber auch was anderes probieren, dass wir kein Bandit mitnehmen, sondern was anderes. Weil wenn wir wissen, dass... Wir können auch mal so spielen, dass der Breach-Comblet ungedeft bleibt. Also, dass wir den einfach aufgehen lassen und so spielen. Das wäre vielleicht auch mal ein Versuch. Ja, aber dann müsstest du von unten halten müssen. Das heißt, ein Car-Set... Einfach nicht overpeaken. Weil wir haben doch uns mit Smoke, mit den ganzen Peaks, also mit den ganzen Löchern drinne. Da gehen wir gut anarbeiten. Lass uns mal ausprobieren, ein, zwei Runden. Das heißt, auch die Fragger, lass die reinkommen. Okay, die Fragger jetzt nicht, die können immer von hinten kommen. Ja, die Roamer Zeit rausholen. Zeit ist Geld. Und in Rainbow Zeit leben. Also, das heißt, in der Dev will ich gerne ein Castle haben, damit wir von unten irgendwie halten könnten. Denn Melusi definitiv, weil auf Clubhouse, die ist echt OP. Dann würde ich halt noch gerne Vigil, Mozi. Ich würde dann den Smoke spielen. Alter, darf ich dieses Mal Mozi übernehmen? Ich spiele mich mit Mozi einfach noch, keine Ahnung. Alles gut. Monte, was willst du? Monte muss kurz... Ist kurz weg. Ich bin... Alle spielen Smoke? Fuck, wir müssen schon starten. Wir müssen ein Häkchen reinmachen. Warte mal, ich gehe kurz Spielchat. Und sag, das war das Häkchen-Häkchen, ich glaube... Ja, funktioniert bei mir auch nicht. Hallo, ach, Digga, ich hab den Ingame-Bug an. Ja, Haken funktioniert bei mir nicht. Erracing hat das schon noch. Erracing sagt kurz, dass Haken nicht geht. Ich kann nicht Ingame-Chat, ich hab den Bug. Ja, lass mich, ich mach... Ich fragte, ob es losgehen kann. Ich fragte, ob es losgehen kann. Ähm... Wer hat da grad den Stream von Tobi offen, maybe? Achso, das ist jetzt gerade. Ich wollte eigentlich zurückspulen. Mach das aus. Pack's weg. Handy ausschalten. Letzte Map haben wir, trotz dass wir nie gefühlt zusammen spielen, sehr gut gemacht, Digga. Nur halt, ja, wie gesagt, Overpeaken, das ist halt das größte Problem bei uns. Ganz kurz. Also, ich glaub, alle da sind. Das größte Problem war, glaub ich, dass wir mir oft angegriffen haben, dass irgendjemand woanders hingegangen ist, ohne es zu sagen. Das hat halt... Ich hab mir auch aufgeschrieben, Callen, wenn man rotiert, um... Sagen, wo man up-aimt, nicht overpeaken, werd ich auch noch draufschreiben. Weil ich hab mir einen Notizblock geholt. Ich hab einen Block, Digga. Pff, Notizblock. Ein Thatcher... Ein Thatcher nicht. Ich will den Jekyll bannen. Auf der Reps, ekelhafte... Maverick. Maverick? Ach, nix. Nein, nein, Jekyll, 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 Jekyll. Einer hat Garage. Und der soll nicht overpeaken. Er soll ihn reinlassen. Einer muss so ein bisschen in T-Tuch stellen. Der Mosi, der bleibt so mehr in Camps. Da machen wir eine Rotation in Construction Richtung Logistik. Versuch mit einem Castle unten, unter dem Bridge zu verstärken, mit jeweils drei Castle-Wänden. Einer ins Stock, der andere in... Double Door und dann Blue. Und der andere jeweils in... Unter anderem in den Oben Construction. Das heißt, der Vigil, der Romer hält, versucht wahrzuhalten. Ehh... Was ist los? The Cav? Ja, würde ich sagen... Oh, the Clash? Nicht Clash, nein. Gleich könnten wir nutzen. Erstens das und zweitens... Monster würde dann... Also, wir brauchen... Wir brauchen auf jeden Fall... Einen Smoke, Einen Mozi, Einen Vigil. Einen Mammel? Einer, was war das letzte? Ähh... Ärm... 뽑' den Small... In Castle, richtig Jäger. Jäger wäre wichtig. Jäger wäre wichtig, Ich würde gerne, wenn auch keinfilter, und ein Vigil spielen. Ja. Du spielst den Vigil. Er... Eh Zoggeht. Moszi weg Ich spriel den Jäger. Eih... Jetzt zwingt Monte nicht unbedingt den Castle auf. Oh, man. Das ist echt schwer verbelassen, weil Monte ist unser Frager. Okay, hör zu, hör zu. Wie gesagt, die werden den Breach hundertprozentig aufkriegen, immer. Eine Ashe wird höchstwahrscheinlich bei Stock oder bei Bar versuchen, die wird einfach reinrennen. Okay, der Plan ist, wie gesagt, eine Held Garage, der Castle ist unten, unten beim Hedge, wird Stock zumachen, wird oben bei Construction die erste Tür zumachen und die wird Blue zumachen. Das heißt, die ist von Stock abgedeckt und von Blue abgedeckt und von Construction. Wer spielt Catwalk? Hör zu. What the fuck, ich check halt gar nichts. Das ist der Monter spielt Codwalk. Vigil, du versuchst Bar zu halten, dass niemand von Bar kommt. Ach, mit Bar? Small, du bleibst in Room, ich bleib in Room. Ich versuch, Constructions zu halten. Ja, okay, Bar. Wo soll ich jetzt zumachen? Ja, ich sicher. Ich habe es gar nicht verstanden, das ist ein Text. Hier. Doch, 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 ich nehme mal los. Da war noch. Ich brauche hier eine Rotation. Ja, ich kann nicht alles. Du hast die Tristisch noch auf die Rotation. Rossi, hol deinen Mund. Ja, wo soll ich jetzt zumachen? Komm runter, hier runter. Du machst hier einen hin. Nimm mal deine Cam weg, Rossi. Sonst ist es gleich weg. Ich hab die Garage nicht zugemacht, Junge. Du versuchst, äh, bei Garage zu spüren. Vigil wird versuchen, bei Bar zu halten. Macht euch Angriffsverhalten. Danke. Ich brauche eine Rotation in Richtung Logistik. Ich bin auch in der Tonne. Dann melde ich alles bei Logistik. Dann melde ich alles bei Logistik. Nachladen! Danke, das reicht. Glaube ich. Ja, reicht. Ich lade nach. Äh, ich pushe irgendwo rein. Ich glaube, war. Lade Magazin! Sorry, Garrett. Ich glaube, das war der Normal. Und wir versuchen nicht zu overpeaken. Merkt euch. Maverick am Breach. Nicht overpeaken. Lass ihn am Breach sein und peak das nicht. Vigil, geh unter den Breachen, schmeiß da zwei Contact Nades hin. Ich hab nur noch eine. Ich hab nur noch eine. Konzentriert euch bitte auf die Camps und so. Ping mal, ping mal. Ping mit dem Breach. Ping mit dem Breach. Rossi, in Camp. Ja, ich muss das zuerst mal auf dem Safe-Port. Okay. Die machen Breach auch? Ja, Breach ist schon ein Stück offen. Wir sind ausgedrohen. Einer rechts vom Breach. Ich schenke doch jemand. Holt, Jungs. Aim. Aimed. Nur Abo. Lasst sie reinkommen. Bar oben, Schlafzimmer. Und ping. Vierer, Dreier, ping. Schädling in Stellung. Ich mach ein bisschen Druck. Schädling eingesetzt. Ich geh ein bisschen in den Keller. Versuch von hinten zu kommen. Komm, ich komm von hinten. Ja, ja. Versuch von hinten zu kommen. Komm, ich hier oben. Kettbewerb. Ja, hat die Camps erstellt. Einer, einer schon oben auf dem Breach. Geh wieder bar. Rotierbar. Rotierbar. Nur noch drei. Lass sie reinkommen. Piek das nicht. Wir haben Überfall. Ganz ruhig. Ruhig, boys. Ich halte Ease. Ruhig, Leute. Nicht so viel Call. Nur wichtige Calls. Wo? Hey, Inside. Inside. Cash. Ich hab mich nicht gehört. Meine Bombe lokalisiert. Hat mich. Wo? Wo? Und, Inside. Es, hä? Es stirbt mich. Halb ins Spiel. Hinter der Werbung. Hinter der A-Bot. Außer Fremdüro. Wie kann das denn sein? Hey. Geh runter. Geh nach unten. Da. Get in, cash. Get in, cash. Get in, cash. Er ist low. Er ist genau. Er ist genau auf Wrapping. Kommt jetzt Cash rein. Das war fake. 15 Sekunden. Lass ihn kommen. Er war rechts. Nein. Spiel ihn aus. Spiel ihn aus. Das ist gewinnt Zeit. 5 Sekunden noch. Push. Links. Sofort deaktivieren. Ruhig. In camps. Nein. Oh, er liegt ungescheitert. Ach, ich wollte nur auf den Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Ganz ehrlich, wie kann der komplett reinkommen, ohne dass ich ihn höre? Warum höre ich das nicht? Oh, Mann. Ihr stand da unten am Schild, Digga. Er ist gelaufen. Ist nicht geschlichen. Ist zu mir gelaufen. Ich habe nicht gehört, ich habe mich erst. Egal. Ey, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das machen wir nochmal so. Das machen wir nochmal so. Das war nicht schlecht. Ich bin jetzt aber kein Problem. Ich mache direkt der Rage unten zu, Leute. Ich mache direkt unten den Rage. Gebt vielleicht Monte den Jäger. Wie gesagt, einfach alles ganz schnell. Ich spiele wieder den Jäger. Genau, gebt Monte. Ey, Digga, Monte. Ach, mit. Gebt nächste Runde Monte den Jäger. Er ist besser. Okay, sorry. Sorry. Ja, sorry, Digga. Ja, okay. Ist egal. Weiter, 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 weiter. Monte hätte gerade einen Double Kill safe gehabt. Hätte den anderen Operator. Egal, egal, egal. Egal. Nächste Runde. Jetzt ist nächste Runde. Hätte der Hände fahrt. Sein, Alter. Ich werde einfach von hinten umgebracht. Weißt du, ich denkst du, hey, vom East? Nee. Mach einfach schon gut. Sicher. Aber Z-App war gut. Nein! Ja, du! Castle, du weißt, wozu du bist. Ja, ja, ich weiß nicht. Die beiden Drohnen sind weg. Wechsle Magazinen! Alter, das werde ich mir bald so angucken nach dem Match hier. Ich werde mir das auch vielleicht noch angucken. Aber erst mal kriegen wir gleich jetzt nur die Stammbrocke von Tobi danach. Nein, 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 nein. Außen, wir gewinnen das jetzt. Das ist nicht schlecht, was wir hier machen. Das ist wirklich nicht schlecht. Hat ja auch niemand was gesagt. Das ist auch machbar für uns. So eine Axt wird auch wieder passieren. Sledge oder Thatcher. Ich kann hier nicht durch. Smog, ich kann hier nicht durch. Wo ist hier? Die Gegner haben alles lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, ich hab's nicht geschossen. Nachladen! Komm durch. Eine Drohne kommt hoch. Jetzt kommt schon wieder keiner East. Ruhig, Jungs, ruhig. Dante in deine Camps. Come in room und gehen gönnen Camps. Einer in Blue. Oder outside Blue. Ja, aber da kam keinem Camp. Habt ihr die Drohne, die Catwalk hochgefahren ist? Habt ihr die? Nein. Ja, hab ich. Okay. Maverick wieder am Breach. Die Bahn auf. Warum ist da nicht zu? Die machen auf. Lass die aufmachen, peekt das nicht. Das Ding ist halt, einer ist zu wenig outside. Da gehört mir jemand. Ja, warum ist da offen? Ich werde weggebrochen durch. Wir haben drei Spots, wo jemand stehen müsste. Nur zwei sind outside. Einer ist stock und einer ist noch outside. Ich komme in room. Meine süßen sind in position. Eine outside bridge. Drei Leute outside bridge. Ich weiß nicht von wo. Hinten, wahrscheinlich hinten bei das Cerf. Catwalk, 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 Catwalk. Jungs nicht, Draft Pink. Einer in jetzt, in bei Reds, der ist. Ich muss nur des eigenen Trucks verbleiben. Oh, ein Construction. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ja, meine Fahrer macht nichts. Das ist gescheitert. Ey, die Catwalk lebt die ganze Zeit und niemand called, das Catwalk. Ja, warum sind die? Wir haben ETH, wir haben Tetris, wir haben Catwalk. Es steht nur einer Catwalk und einer ETH. So, Jungs. Ja, lassen wir Chat versuchen. Machen wir mehr Chat-Up. Machen wir mehr Chat-Up. Äh, junger, so, nur, 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 nicht verstärken. Einer, eine macht die Dropper, bitte. Ja, ich bin ruhig weggelegt. So, soll ich wechseln auch irgendwas, Jungs? Lose ja am besten. Wieso, passt doch erstmal. Ja, okay, okay. Okay. Ja, I don't know. Okay. Wir haben uns jetzt ein bisschen überrannt gehabt. Ja, genau, deswegen ist der Niche auch nicht schlecht. Deswegen ist der Niche auch nicht schlecht. Ich hab auch ein bisschen overpeaked im Besseren. Ich hätte einfach in den Drohnen bleiben sollen. Das war doch. Ja, ich hab mich auf den Bug gelegt. Aber wenn du unten Garish bist und du unter Kontrolle hast, das ist natürlich auch sehr nice, hab ich mir gedacht. Aber die haben mich so ausgewogen. Ich stehe direkt auf den Schnappen. Ja, da unten. Ja, irgendwann mach ich auch. Nein, ich muss die Gürfung. Ja. Lade, neues Magazin. Zeit, zwei, drei, drei, drei. Einsatzbereit. Ich lade, das. Ich verstärke die Wand. In diesem Bereich ist ein AVS abiert. Ich will auf jeden Fall in die Zone roam gehen. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden noch. Shirts musst du dazu machen. Leute, immer die Shirts-Wände sind auf. Ich verstehe das nicht. Ich mach halt Dirt zu. Ich setz mein Schilt hier im Hallway. Dann ist die Zeit rum. Viel zu viele Leute roam. Viel zu viele Leute am Roam. Ich geh mit Jäger-Roam und Wish auch. Chip-Club. Ich strotier zurück. Ich bin jetzt im Billiard. Einmal Hiwana-Charge ist weg. Es kommen Lylylits zwei über Stock. Strip-Club. Strip-Club. Das ist ein Trottel. Ich strotier, ich bin Blue. Sledge. Einer bei Blue, glaube ich. Glaubst du, du weißt. Ich glaube. Ich brauche, ich kann Sledge fahren. Es würden auf jeden Fall ein paar Mainzesse kommen. Ja, Sledge macht halt gerade oben auf. Feindliche Drohne zum Scannen unterwegs. Keiner, mal bitte Barcamp. Let's pitchen. Lade nach. Es ist keiner in Church drin, ne? Ja. Wow. Einer bitte. Einheitliche Drohne geht zum Scannen in Position. Dein Standort ist gefährdet. Dein Standort ist gefährdet. Einer Mainstairs. Einer macht einen Motorhedge auf. Die Bahnlärkte für Kitschum-Bausbau. Ey, die sind in Monatsch. Die sind in Monatsch. Die sind in Monatsch. Esch durch Tunnel. Keine Arbeit. Verlanziert. Taten sind mehr wert als Worte. Ne, was hinten da hinten ist nix. Da ist die, da ist die, da ist die Mirror. Rechts. Hinter, hinterm Schild. Einer auf dem Leiter des eigenen Trucks von Leimt. Ach ja. Kann doch nicht sein, Digga. Das ist wie so übel. Die Mission gescheitert. Also, keiner war in Church drin, ne? Keiner. Und ich musste nach Church trotieren, weil da der Motorhedge aufgegangen ist und Main-Service war. Und dann überrennen die einfach den Hauptsport. Wie kann das sein, Mann? Witzig, wie geht das? Dann überblueset die kaum wettest, aber die sind. Das ist nicht gut organisiert. Ich spiele jetzt mal mit dem Bandit. Ich bin jetzt mal mit dem Mitchell. Dann muss halt Waze-Im auf dem Flieger. Ja, ich spiele zwar ungern den Castle, aber... No, Monster fragt mal ein bisschen was raus. Ich hab aber auch die ganze Zeit nur Pech, ne? Ich hab schon keine GF-Sinnlust da auseinander. Das kann nicht sein. Man hört sie aber auch nicht. Ey, ohne Scheiß. Man hört keinen von denen gefühlt. Ich höre generell nicht. Es ist richtig schwierig. Und es ist halt während der Runde zu laut auch oft. Man hört aber nicht, was wollen wir. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, richtig an. Das Castle ist die ganze Zeit nicht. Äh, wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist Kacke. Ich hab drei Drohnen. Ich hab drei Drohnen. Drei Drohnen hab ich. Vier haben wir. Lass die hier oben ne Line rein, bitte. Wir können aber nur drei Drohnen ab. Also, ich hab drei Drohnen abgeschossen. Ja, du kannst aber keine Versorgung. Wo soll die letzte Castle Wall hin? Äh, Construction Door. Construction Door. Construction Door. Fenster oder die Door? Door. Door Richtung Masterbettung. Ja. Hier Construction. Ja. Ja. Eigentlich doch. Castle, hier bitte ne Line noch rein. Wie das Strip hieß, wahrscheinlich. Ja. Geht mal bitte ein. Mach da weg. Ja, reicht so. Und hier bitte noch. Rechts dann. Wo willst du? Gebe bitte einen Trick. Logistik Ash. Logistik Ash? Ja, Logistik Ash. Bräuchten irgendjemanden, der vielleicht mal kurz in die Logistik-Votation-Post liegt. Vielleicht abrenken. Ich bin jetzt Catwalk, Leute. Ja, halt das. Logistik Camp. Wir machen Breach aus. Du bist auch. Du bist jetzt Pick jetzt kaputt. Ruhig, Mann. Ruhig. 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 Garage halten. Overpick mich. Ich geh bis hin in die Camps. Wie bei Isteres. Es ist nicht so wirklich wie Camper. Richtig. DANTE! DANTE! Bleib. Das war unermisch. Jetzt zurückziehen. Einer noch von Garage. Unten Bar. Unten Bar, maybe. Bar hat Hit. Bar ist Sledge. Underdoor. Einer unter mir. Einer unter mir rein. Unter mir Garage, glaub ich. Am Breach ist der Keeper. Wenn die da reinkommen, hören wir. Ach, na was? Ash ist immer noch Logistik. Wo? Unten vom Breach noch. Unten hier Richtung Bar. Monteregierig. Das geht nicht. Ich hab doch hier eine Ash. Wie oft noch? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Du musst ein bisschen ruhiger werden. Nein. Ace ist Low und Catwalk hoch. Hat 10 AP. Und Breach inside. Ihr wisst, was zu tun ist. Catwalk. Ja genau. Hallo. Ja. Da kommt noch einer Breach. Noch einer Masterbit. Inside. Jaa. Der reet noch von Inside. Jaa. Masterbit. Inside. Jaa. Vist du? Ist das mal raus? Ich habe eins. Lass ihn. Melanchen. Alpha. Aves raus. Einer noch Inside. Mais noch einer Inside. Überlegt das nicht. Aber peikt das nicht. Er muss platen. Er ist nur noch ein. Ganz ruhig. er guckt richtung ist er kommt von hinten er guckt nicht erst gerade glaube ich das ganz gut wie soll ich war wenn ich ganz einfach der ash weiter ja alles gut aber das ist mal gut und so dass du jetzt mal ausdrücklich da noch gesagt hat so jetzt so wenn ich lieber den versuchen ja ich habe ich wohnen nämlich ich nehme jäger und ich geh dann mit dem ich geh dann brauchen wir vielleicht eine ella also ella habe ich wir brauchen jäger was soll ich mit muss ich kann mit der fall 1 ich will dass wir ich will dass wir mainly ich will mainly halten blu weil du blu ich kann die hat es machen wir sehen doch unten ich dachte wir sind oben ich dachte wir gehen aber da dachte ich auch mit zwei leuten noch eine mombe lokalisiert ja ja Tunnel ist immer zu Ich werde Tunnel halten Ich bleibe aber nicht ewig im Tunnel Ich bin halt ein tunneliger Mensch Tunnel wurde gebreacht Ich rotiere zurück Einer bitte Blue halten Konstant Blue bin ich Ich bin Motor Die machen von oben auf wie immer Blue Rotation wäre jetzt im Fall Ja oben Kitchen Die wollen durch Kitchen Tunnel ist offen Ich glaube einer ist schon gedroppt Einer bitte mal Alucard bitte Nomad hat Hits Du Hedge geht auch Wir haben noch nicht mehr Ein Iban aber Einer noch am Kitchen Hedge Was ist Das ist so low Iban äh Nomad am Kitchen Er ist gejobbt Jemand gejobbt Iban macht den Motor hoch Getschnerd Good Job Getschnerd Zwei Leute bar Ah ich schon nicht Ich brauch Hilfe Billiard bar Ja wir können nicht wirklich rotieren Ja wir können nicht wirklich rotieren Hummel Warte Ja ich muss halt eigentlich wegrotieren hier ne Fescher am Bike Dreh hoch Dreh hoch Wo Got von oben Nein 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 Eine ist im Zeit Redping Redping Doppelgeredping Komm zu der Peak-Tisch Noch Einer Drei Leute Drei Leute Bei deinen Calls, du brauchst auch nicht so zu schreien Du kannst es ganz normal reden Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist Also Lass das mit einem Mira Setup aus Barstum draus spielen Ey, ganz im Ernst Das war gerade eben Headshot bei der Nomad Ich hab eigentlich Fertionier Banner auch gehetshottet Also, Jungs, mein Plan ist so Ich bin in Barstum mit einer Mira Und wir lassen die Outset Wall unverstärkt Unverstärkt? Sicher? Ja, unverstärkt Wir machen eine Shooting Line rein Und ich bin in Barstum mit einer Mira Window Da muss nur einer auf dem Mainstair sitzen Lassen wir da keiner hochrennt Wenn die da hochrennen und innen rum sind wir am Arsch Kann ich machen Aber müssen wir nicht spielen Das ist die einzige Idee, die ich jetzt noch hab Wir müssen versuchen Construction zu halten Die brauchen sichern Und Construction wird unser größtes Ja, ja, Construction wird's auch Da wird dich wahrscheinlich auch ein bisschen missen Eine Line offside, bitte Ja, wir brauchen hier unten eh einmal eine Footline Ich komm Drohnen rein Ich brauch auf jeden Fall Jägergeld mit dem Waffen Ich lade nach Ich lade nach Es bleiben noch 10 Sekunden Noch 5 Sekunden Noch 5 Sekunden Ich lade nach 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 Das ist die erste Wir sehen hier genau an! Wanne raus! Schildern! Wir schnaufer piken! Noch vorm Beach! Liegt auf dem Boden! Logistik offen! Logistik-Jobber offen! Ich hab Stress! For construction! Das wird Nomad noch vor! Nein! Schwitsch dead! Wieder Pool outside! Geh mit vollem Magazin rein! Kann einer in die Camps? Ja, ich brauch auf jeden Fall in die Camps! Ja, ich brauch auf jeden Fall in die Camps! Ja, ich steh auf dem Mainz jetzt, ich kann schlecht in die Camps! Ich brauch noch irgendeinen hier! Ich bin alleine! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Einer sollm sagt! Einer sollm sagt! Die Gegner haben meine Bombe so gewünscht! Verteidigt! Overpikt sie nicht! Ein Gegner verbleist! Das war noch mit! Jetzt ganz ruhig! Ganz ruhig! Einfach gar nichts peaken! Der soll ruhig einkommen! Aber ich brauch trotzdem irgendwen, der das mit Windows hat! Bei die Windows! Kann ich! Sehr gut, Jungs! Verdammt! Geht doch! Woll! Noch mal Zeit hier! Ja, war einmal Freude! Funktioniert doch denn! Warum nicht von Anfang an so? Ja, aber meinst nicht! Die ganze Zeit schon abgefangen hat! Jungs, Jungs! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das Streams läuft! Jungs! Jungs! Kuss an Danny! Ich hoffe nicht, Alter! Ich hoffe nicht! Also! Hätten sie gewusst, dass ich auf den Mainster setze! Also! Ah fuck! Ich versuch den Breeze zu klären, ja? I've own Ace! Irgendwas! Ace oder Firmage! Ace, ja! Ich mach Firmage! Oder sowas! Ace mache ich! Falls sie mit Newt spielen, mache ich Ameisentaktik! Dann salze ich einer hin und drohen direkt durch meine Line! Und wenn die mit Bandit spielen, müssen sie ja, weil wir Kalt gebannt haben! Dann mach ich den normalen... Nein! Ungarn führt 1-0! Was? Interessiert! Fokus aufs Game! Hallo! Dann... Wenn die... Wenn die nur... Wenn die halt Bandit haben, dann mach ich nur mal einen Nade-Trick! Ja? Dann müssen wir uns auch entscheiden, dass Deck die Dinger da drin schließen lassen! Die... Ähm... Selma-Chargers! Wir machen die! Wir machen die! Genau! Switch! Switch einfach... Switch einfach rein! Beide Dinger weg! Ich mach auch rechts und links! Dann kann der auch nicht Echtdick machen! Dann passt das! Oder... Merkt sie da unten in der Footloose? Ah... Oh... Oh... Wir kriegen den Breacher auf! Ja... Die spielen das mit Bandit! Also... Geben wir auf jeden Fall auf die... Ja... Einfach auf wieder... Haben wir jetzt ein Loch rein und... So! Will einer da noch über Master gehen irgendwie? Nein! Zwei Leute müssen von hinten aufbauen! Ich würd... Ich würd auch so viel hinten gehen! Aber alleine ist es dumm! Ja... Alleine ist doch dumm! Ich brauch irgendjemand, der mitgeht! Ich brauch irgendjemand, der mitgeht! Ich könnte mitkommen! Ich könnte mitkommen! 5 Sekunden bis zum Einsatz! Ich komm mit! Wir müssen da hinten alles regeln, Jungs! Einer ist bar auf die Tür! Wir kriegen den Kram easy mit Switch weg! Wir kriegen den Kram easy mit Switch weg! Wir kriegen den Kram easy mit Switch weg! Auch was aus Braum-PC! Wir haben eben Maverick Twitch! Ja... Ich hab's ohne den Einsatz aus! Ich hab's ohne den Einsatz aus! Das works! Ich bende Dreck! Bende Dinger sind schon weg! Also! Oh! Beides! Ja! Beides! Macht der Ecke? Nein! Schön! Ich auch nix hier mal! Wir haben noch einen Capcom! Jäger Reds der! Jäger immer noch Reds! Die haben keine Rotation zu Reds! Ich auch nix! Jäger immer noch auf Reds der! Hat meine Cam! Wann, da alles Clear? Ja, also ein Catwalk könnte was sein! Aber... Ich schmeiß mal ne Drohne rein! Warte! Ja! Immer Drohne! Jäger immer noch Reds! Auf den Weg! Dann pass auf, ne Main! Alleine ist bei gelockt! Catwalk is free! Catwalk is free! One shot! One shot! There's one shot! Hä? Dann können wir rein, oder? Nein! Nein! Der ist! Kann ich ja einfach... Ich brauche Abaim! 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 Irgendwie am... Blüß! Er lebt immer noch! Abaim! Abaim! Du hättest nicht pläten dürfen! Ich stell euch jetzt ein die Cam! Die haltet ihr! Ich wollte Catwalk einnehmen! Hab ich! Hab ich! Ja, ich bin dumm gewesen! Einer hat Druck getötet! Ja, ich hätt... Ich hätt... Ich hätt... Ich hätt... Ich hätt... Von außen rum hätt ich gehen sollen und dann über Garage! Das wär einfacher gewesen! Ganz kurz... One shot kann ich gewesen sein, weil ich hab ihr nochmal 3 Schüsse in den Rücken gegeben! Egal! 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 Also... Keine Ahnung! Also das mit den kleinen Werten vorher krieren müssen und dann planten! Weil... Da brennt war zu voreilig! Ich war davon ausgegangen, dass die Twitch dann noch geht! Aber ja, egal! Ja, ich hatte ne Claymon-Block platziert kurz! Was auch den Jäger getötet hat! Keine Ahnung, wo der Bandit auf einmal herkommt! Ich hab... Kann man durch... Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Ein Breacher! Ja, mach ich! Mach ich! Okay, warte! Und... Achmed, reiß dich an Riem! Nimm Defu mit! Achmed, Defu! Dennis mit... Mavic... Gut! War stark, war stark, war stark! Ja... Schade, ich bin... Schade, dass hier ein Jäger da erwischt hat! Schade! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja... Tobi streamed by the way! 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 Achso, wusste ich nicht! Erste Runde ging... 8,7 aus... Geng noch! Ah, das war jetzt eine unnötige Runde! Ach! Hätten wir euch sterben müssen! Morgi sind oben im... Äh... Master... Ö... Gym! Ich würde über Logistik gehen, wenn mir einer den Dropper aufmacht. Kann mir einer den Dropper aufmachen für Logistik? Ja, kann ich machen. So, von wo soll ich kommen? Einer ist Catbog, ich hab einen da gehört, ich hab da Steps gehört. Alter, halten die das hier hinten? Ja, wahrscheinlich mit Bandit, sowieso mit Bandit. Der Mosi-Chem haben sie hier, aber haben nichts weiter dran. Ja, genau. Ich Drohne. Mira Fenster direkt hier. Einer an den Hauptstairs hier. Ah, die haben hier einen Castle Barrikader. Die Bombe wurde lokalisiert. Haben die Strom an deren Mira Wand? Die haben da die vier. Ja, ich weiß, ich weiß. Mira in der Mündow. Einer ist raus. Ja, Logistik bin ich halt dann eingesperrt. Wenn ich da droppe. Nein, noch einer. Jäger Construction geht raus. Mosi stairs. Einer CC. P4, glaube ich. Mosi raus. Wir müssen den Jäger irgendwie rausbekommen. Zumindest wär's geil, wenn wir ihn rausbekommen. Schieb zusammen. Sehr schön. Wir brauchen einen Construction, der von da steht. Ja, einer muss drohen. Einer muss drohen. Einer muss drohen. Ich droh, ich geh drohen. Ich geh drohen. Ja, für mich bitte Construction. Wir haben eine Minute. Warte, ich helfe erst mal Monte. Monte mit der... Ich höre eine noch im Barthroom. Ja, Barthroom und Bar. Äh, also Barthroom und... Barthroom ist weg. Doch, 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 an der Ecke. Ey, ich hör den Jäger bei mir. Ich hör den Jäger bei mir. Nein, ich werd erstmal drohen. Nein, 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 du konntest nicht mal wallbanken. Ja, jetzt schon. Er ist hingelegt, er ist hingelegt, er ist hingelegt. Egal, egal, egal. Gehen rum, gehen rum. Jäger. Er piekt dich. Push das nicht. Push das nicht. Er hat mir keinen Fall. Ja, ich seh ihn nicht. Switch, du musst Druck aufbauen. Ach, Jäger noch. Miradeth. Ja, ich hab den Call nicht bekommen, dass der Jäger Onset rotiert ist. Ja. Ja, ihr müsst mehr kommunizieren, wenn ihr mit in den Rufen seid. Wer welche Seite pusht und ob man gleichzeitig pusht, das müsst ihr besprechen dann. Und wenn dann die Ash da reingeht, müssen die anderen Aufdruck machen. Das kann nicht sein, dass die anderen dann irgendwelche Engels abhängen. Ja, ja, das ist das, das ist das. Ich hab den Call gebraucht, dass der Jäger Onset rotiert ist. Refrack, Leute. Das ist Refrack. Es war gut. War aber gut. Vom Setup war gut. War gut gemacht. Mann, ey. Ich hab nur noch Pest. So, die werden jetzt locker nach unten. Ja. Clash. Egal. Ist doch. Ist doch. Fass egal. Ich hab Nades. Wibana. Soll ich einen Thatcher nehmen? Ich glaub, Brauchen wollt gar nicht. Dann bleib ich bei Twitch. Die gehen doch nochmal. Das klappt mit der Twitch und dem Average. Das passt. Ne, ne. Ja, wegen Z4 halt. Impact Tracking. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Wenn die CC gehen, würde ich gern mit Z4 versuchen, Garage Catwalk zu pushen. Da irgendwie reinzukommen. Wenn wir ein Bridge offen haben, dass wir da Druck machen, dass wir da auf jeden Fall hochkommen. Wenn wir Catwalk haben, können wir planen. Die CC gehen. Meinst du, die sind der CC? Ja, das sind die CC. 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 Ja, das stimmt. Das sieht für mich eher nach unten aus. Kann die haben zwei Runden. Das schaffen die. Ich denke auch, dass wir. Die haben noch. Ich denke, dass die nach unten gehen werden. Die haben aber vor uns erst gewonnen. Das ist die zweite Runde nach dem Win. Also nach dieser Runde könnte das wieder CC. Sind von Recht. Ja, das sind nach unten. Ja. 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 Wir brauchen die Kontrolle über den Kitchen Hallway, über Kitchen und Dirt. Würde ich dann gehen. Kitchen wirst du nicht halten können, weil die einen Puls haben. Der wird dich so schnell rausmachen. Der wird dich so rauskriegen. Ja, stimmt. Ich würde. Ich kann auch mit Sophia nicht mal Blue gehen. Ich hab noch eine Cam. Ich kann da eigentlich rein. Ich kann da easy rein. Ja, das ist hier. Ja, ich mach Blue. Ich geh Blue mit Sophia. Drohnt euch alles vor. Auch in jeder Ecke. Hinter jedem Sofa. Habt ihr Schleppclub ausgedrohen? Schleppclub sehe ich gar nichts. Ok, warte. Ich drohe in die Hallway. Toilette ist nichts. Ich drohe in die Billiards. Also CCV und Garage ist komplett frei. Catwalk auch frei. Oder Garage, Garage, Garage. Ja. Wir haben kein Impact Loch. Die Banner könnten den Kitchen Dropper aufmachen. Vigil rotiert gerade irgendwo bei Kitchen Bar. Oder ist unten. Stock ist auch nichts. Hier sind starke Ausschläge von Vigil. Warte. Ähm. Ich drohen die ab. WTF. Mainstern. Du stehst doch da. Äh, Sophia. Vigil oben. Pass auf, Sophia. Sophia, einen von oben ab. Ich drohen. Das ist cool. Hab den Vigil. Hab den Vigil. Der ist gejobbt. Äh, das ist aus und wieder. Ok, Sophia. Ich drohen für dich nach unten. Ich mach Hedge auf. Ja, mach das. Der Kitchen Hedge muss halt die Banner machen. Du kannst runter. Du kannst die Stairs runter bei Blue. Ist sobald free. Der haben Onside Rotation. Pulse is Church. Niemand ist in, äh, Ubility Room. Einer ist hier in der Ecke. Zwei Onside. Ella Pump. Onside. Motor ist kleiner. Warum ist der Wittchen? Äh, hinter dem Ding ist einer. Mega raus, mega raus. Schön, Achtung, da piekt dich jemand. Hier, On-3er ping. Hier, On-3er ping. On-3er ping. Feuerschutz. Ich lade nach. Ich lade nach. Eine Minute, Jungs. Ich stirbe auch, Dante? Los, Lelle. Langsam, Dante. Ich guck die Double-Ball von Third. Ich hab Church hinterm Tisch. Ich hab Church hinterm Tisch. Hier, er hat er. Abkurs nicht? Ich halb hinten gegen... Ich halb im Third up. Ella's dit. Ruhig, Jungs. Immer noch ruhig. Ja, kurz der Church. Wo ist der Church? Hinter der Bar. Hinter der Bar. Maverick, mach Löcher in die Wand One-Shot One-Shot hinter der Barra Er pusht dich Nee, er ist immer noch dahinter Digga, er kann sich alle holen Dante, er kommt zu dir, er ist in der Ecke Links Doch, 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 das ist der Klausel Nein, Jungs, kommt Hinter dir ist einer Hinter dir ist der andere Ja Ganz kurz Wie kann der Bitch einfach Mainstest runterrennen Wie kann Puls drei Leute holen an der gleichen Scheiß Tür? Ja, das ist ne Frage Das kann man ausreden Wie kann der Bitch einfach Mainstest Ich hatte die perfekte Flank, Leute Dann sagt einer zu mich, ich soll Maverick Löcher machen, Digga Ja, weil der Puls dahinter stand Kann ich jetzt mal bitte aussuchen Pfff, Digga Wie kann der Bitch einfach Mainstest runterrennen, wenn Maverick 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 steht Das ist ne berechtigte Frage Was? Was? Maverick Barstum? Wenn Maverick Barstum steht Wie kann der Bitch schnell Mainstest runterrennen Du musst ihn doch dann sehen Hä? Ich war nicht, ich war doch Ich war noch kurz vor Barstum wahrscheinlich Ich hab keinen gesehen Maverick stand Barstum in Ich hab auch in den Gang entlang geguckt Aber ich hab immerhin gesehen Er stand doch noch auf der Treppe, wo er dich gekillt hat, oder? Oder ist er runtergelaufen und hat dich geneigt? Ne, der ist runtergelaufen und stand einen Meter hinter mir Ja, aber vielleicht kann auch sein Dass er genau in einer anderen Wickelschaft Wo ich ihn nicht gesehen hab, Digga Was soll ich denn dann machen? Nein, wenn er von oben runter läuft noch ganz unten Dann ist er schon fragwürdig Das ist jetzt passiert, das ist abgehakt Ich kann nur sagen, dass ich ihn nicht gesehen hab Ich hab dahin geguckt, aber ich hab keinen gesehen Ich hab ihn am Ende gesehen, als er hochgelaufen ist Mal gucken, wo die jetzt sind, locker C-C Ja, oben C-C Ich kann, lass versuchen Lass den Reach ausmachen Haben die gewechselt, irgendwie ein Spieler oder sowas? Aber das, also Pulse hat zwei Leute gekriegt Und dann hätte der Call bekommen müssen, dass er close ist Aller Dornen Wir haben einen Spieler gewechselt, den McCurry da Noch fünf Sekunden Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen Warte, 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 vielleicht krieg ich Freakill Lade, Magistin Lade, Magistin Kommt, ist weg Die Drohne wurde eingesetzt Diesmal haben sie Mute mit Lach, Lach, Lach Ach, hör ich etwas Die Bombe wurde lokalisiert, Entschärfung einlighten Warum wir Musiken? Die haben den Breach nicht geschützt Die haben den Breach nicht geschützt Ne, ok, ich brauche Könnte halt sein, dass er exisch spielt Weil da ist ein Mute-Gener Vom Drohnen-Schacht Bar ist jemand Kann jemand mir Drohnen in Bar, bitte? Nein, keine Ahnung Geht er nicht Ich halte Catwalk gerade Ja, ihr habt meine Cam Gigabar an einem Lautsprecher Achtung, er könnte hinten rotiert sein In der Öcke Drohne aktiviert Warte, ich Drohne, ich Drohne, ich Drohne, chill, ich Drohne, ich Drohne Die Bombe wurde lokalisiert Wir haben ALV Ich hab Catwalk, ich bin im Catwalk Das war, das war Clash Nichts am Billiardtisch Ab Übrigens, ich freu dich noch was Ey, Jäger, schützt doch nicht auf mich Ich bin auf Catwalk Nee, nee, bin ich offen? Ja, Breach ist schon lange auf Er ist Blue Jäger Blue Wo ist Jäger? Können wir planten? Jäger Blue Ja, ja Richtig Wenn 20 mal kommt, wo ist er, wo ist er? 20 mal tausend sage, Blue Jäger Ja, aber wenn es nur einer weiß und der nicht kommt, dann darfst du dich nicht erinnern Egal, egal, egal Warte, klappt abhaken, weiter Außerdem Blue, was ist für euch Blue? Blue ist unten für mich ganz unten Da, wo Jägerquitsch Achso, ja genau Ich dachte, Blue war mit da unten Das ist, glaube ich, doch der Raum, wie das heißt Warum ist er denn Blue, wenn die... Keine Ahnung, egal Warte fuck, was ist das für... Dann vielleicht Blue ist der erst, dann wärs genauer 4, 6, soll ich wieder... Lieber Turmant nehmen? Die gehen doch bestimmt wieder CC, oder? Ich weiß es nicht Ja, machen du es, machen du es, machen du es Machen du es, machen du es, machen du es, machen du es Ja, ja, ich nehme es nicht Ja, ich nehme es nicht Ja, ich nehme es mit dem Turmant, komm mal Ja, ist doch Oder lieber, ey, es ist noch was Nee, nee, alles gut, alles gut Nee, nee, darum geht es nicht Spricht dich aus, Junge Das ist, dafür ist der Druck da Das man kommuniziert Nee, war zu spät Ja, ich hätte lieber Ich hätt's lieber mit dem selben Zeppler gespielt mit... Äh, was ich mal... Äh, ähm... Sorry about Ich werd's mal suchen, auf die Frax zu gehen Ich werd alle Roundups versuchen zu holen Ich hab 3K Ja, mach ich dann noch da runter Scheißegal, mach einfach, mach einfach Mach's was gut Oder... Nee, doch 3K Wir müssen eine Runde aufspüren Wir müssen eine Runde aufspüren Tja, Dennis, war wohl halt nix mehr Was? Wird heut nix mehr mitrankt Ja, dann ist es halt so, Jodie, was soll ich machen? Die Luft ist halt auch... Ja, ne, 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 passt sie, passt sie, ich sag's ja bloß Ja, scheiße Ähm... Ja, irgendwie können wir dann auch noch ranken, damit wird das ein klick wie Jungs dann sind oder wir die noch Bock haben Es ist, weil ich keine Zeit hab Achso, weil du... Auf morgen verschieben, Digga Ja, dann, wir müssen es immer auf morgen verschieben Aber wir... aber... aber wir lassen den... Ey, jetzt, die, 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 komm Bitte Wir lassen den Druck dann so Wir werden uns versuchen, wirklich... 10 Sekunden So Wir suchen das wieder genauso, das war grad echt gut Machen wir noch mal genauso Hab unter Chanka, Jungs, auf die Feuerscheiße aufpassen Der muss raus, sonst muss sie blenden Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe Pass aufs Baum, Diggao Sprengbereich räumen Was im Drohnen, bitte Warte... Wir haben den Eck... Unten ist was, unten ist was in Garage Garage ist diesmal gejamt Und Drohenschacht ist auch gejamt Ich weiß nicht was Unten in der Garage wurde ich guld Ich weiß aber nicht von wo Irgendwo unten in der Garage ist es dann Oh mein Gott Möt den weg vom Breach Ich hab ne Drohne... Ich hab ne Drohne, ne, da... Unten bei, äh, Stock Gehört Einer Red Stairs Liegt Red Stairs... Zwei Red Stairs Sag mir, wenn ich drücken kann, ne, ich hab... Ich bin die Chart schon angesetzt Äh, die... Zwei Leute Garage Ja, Moment Und... Kannst Doch, kannst reach'n Reach'n Sehr gut Mach ne andere Mute Jammer noch weg Ja, ich sitz grad unten Ja, ich sitz grad unten Flashtead Sehr schön Eine Blu, eine Blu, eine Blu, eine Blu Hinter dir, hinter dir Ertebett mich Einer Onside CC Du siehst ihn, du siehst ihn Einer war unten Blu Der Echo ist unten Blu Der war unten Blu Ich drohne Ich drohne Ich drohne Ihr habt eine Minute Das ist genug Zeit Einer ist hier on ping Unter dir Dennis, ich höre ihn unter dir Dennis, ich höre ihn unter dir Was ist der? Auf dem Sightlings HAH! Ich komm mich nicht hinlegen Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Schild Schild, ruhig Der Echo ist in seiner Cam Der Pik Der Pik Der Pik Der Pik Er geht Richtung Construction Er ist glaub ich Construction Ja, ich bin hier halt draußen pink Versuch einfach rein zu move'n Leck Einer ist hier hingelegt Hier hingelegt Hingelegt Du kannst ihn pushen Aber ich glaube einer ist red Der letzte ist red Hinter dir Der letzte red Push glaub ich Kann er limp Er renn weg Er rennt weg Er red weg 5 Sekunden MDR Irgendwann ach man also ich habe mich hinlegen wollen ich konnte nicht weil ich hinter dieser scheiß kiste stand was ist das für mich haben ich denke ich muss darf ich was sagen darf ich was sagen also das war gut gespielt uns fehlt jetzt auf clubhouse das haben wir auf villa deutlich besser hinbekommen wir waren nicht so organisiert wir waren viel zu viel zu unorganisiert er hat keine stress das hat gefehlt auf wille haben wir gesehen was wir können das war gut das ist ein bug bei ihm ich habe ich habe geborgen ich habe geborgen ich habe mich entschuldigt ja ja Tja, gut, ein Wienungs, danke, ne? Ja, genau, danke, das wird schön sein. Ja, schönen Abend euch noch, Jungs. Ja, euch auch. Ab rein.